Dann gehen wir mal hier erstmal rein und wir sehen schon mal die Lage, in die ich kurz einführe für diejenigen, die jetzt vielleicht die letzten Male verpasst haben. Wir spielen die Deutschen. Wir haben uns diesen Kontinent hier, auf den ihr hier gerade seht, erobert. Am Anfang hier gegen die Amerikaner, dann auf der anderen Seite gegen die Ägypter. Das war beim vorletzten Mal im Wesentlichen. Beim letzten Mal haben wir hier die Ägypter endgültig besiegt und auch alle anderen hier wegvertrieben aus diesem Bereich. So, dann sind wir, als wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht mehr kriegerisch sein, das war sozusagen meine Linie, sondern wir wollen jetzt den Wissenschaftssieg anstreben, sind wir gewechselt auf Demokratie. Das hat uns auch gut getan. Führt aber zu dem Problem, dass jede Einheit, die außerhalb der Städte unterwegs ist, zu zwei Unzufriedenheiten in der zugehörigen Stadt führt. Was die Sache wirklich auch schwierig zu handeln macht, sagen wir es mal so. Und wir sind immer noch im Krieg mit allen anderen und die sind echt, muss ich mal sagen, überraschend aktiv. Also das hat die CIF-6KI ehrlich gesagt nicht so drauf. Die sind hier alle naselang irgendwie am Anlanden und Nerven. Ja, jetzt gibt es mehrere Sachen, die wir, glaube ich, tun müssen. Also natürlich müssen wir weiter Ökonomie ausbauen, Eisenbahn bauen, Produktion bauen, was weiß ich, dass wir Städte haben, die ordentlich produzieren können und Forschung und so weiter. Das ist klar, das ist Daueraufgabe. Gleichzeitig müssen wir hier in den Norden die Infrastruktur legen. Wir müssen hier die Eisenbahn bauen, dass wir das hier alles schneller miteinander verbinden. Wir müssen eigentlich, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, in den Städten, die an der Küste sind, überall Stadtmauern bauen, um uns dann auch im Zweifel verteidigen zu können. Oder kaufen, wäre auch eine Möglichkeit, damit wir da nicht so ewig Zeit verbringen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir müssten hier oben im Norden ein paar Schiffe stationieren, die aber dann auch dort versorgt werden müssen. Also zum Beispiel Byblos wäre ein ganz guter Standort. Cuxhaven geht noch nicht. Gaza ist auch schwierig. Memphis würde noch gehen. Also ich würde sagen, wir brauchen hier oben drei Schiffe. Byblos, Memphis und vielleicht noch in Hamburg ein Schiff, womit wir verteidigen können. In Bremen möglicherweise auch, weil, obwohl, ja, hier ist ja auch besiedelt Kabul. Ja, ihr seht es. Da beginnen die Probleme. Vielleicht auch, vielleicht anstatt Bremen Theben müssen wir uns überlegen. Das brauchen wir und dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir auf Diplomaten gehen und versuchen, Frieden zu schließen. Dazu müssen wir denen aber was anbieten. Und zwar Technologien im Wesentlichen, vermute ich mal. Oder Gold, ich weiß es nicht. Ja, das ist das. Frauenwahlrecht ist interessant für uns, weil das bedeutet, es gibt nur eine Unzufriedenheit, wenn eine Einheit außerhalb der Stadtgrenzen ist. Und das ist es im Wesentlichen, würde ich sagen, was wir jetzt so angehen müssen. Und ansonsten sind wir ganz vorne, was die Ökonomie betrifft. Also auch was die Forschung betrifft. Also da sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen einfach jetzt nur aufpassen, dass wir nicht militärisch besiegt werden. So, jetzt gucke ich noch, was der Chat doch dazu zu sagen hat. Gucken wir mal. Ob ich noch was vergessen habe? Beim ersten Zug können wir etwas schummeln. Wir wissen ja, dass die Mongolen kommen. Ja. Tja, Stadtmauern sind tatsächlich noch hilfreich, außer gegen Artillerie. Ansonsten nimm es als Befestigungsanlagen oder sowas. Flugzeuge ist auch noch so ein Thema, wobei dann wahrscheinlich eher Jäger zur Verteidigung als Bomber. Bomber ist ja eine Offensiveinheit im Kern. Wir haben eine Stadt, also nochmal zu den Städten. Wir hatten hier eine Stadt gegründet, die wurde uns weggemacht. Insofern ist für mich klar, wir gründen hier erst wieder irgendwas. Ich glaube, Cuxhaven ist auch nicht zu halten. Wenn die Sache wirklich safe ist, also wenn die gesichert ist, wenn wir hier auch starke Städte haben und eine gute Verbindung. Also im Moment war das eher ein Verlustgeschäft, diese Stadtgründung. Im Moment bringt das eher nichts. Frauenwahlrecht solltest du direkt angehen, nachdem die erste Fabrik fertig ist. Ja, können wir machen. Ich glaube, wir bauen die in der Hauptstadt. Kurzer Rundgang durch die Beraterseiten. Ja, okay. Gut, so Leute. Ich mache jetzt erstmal hier, schalte kurz um. Nur nicht wundern, sieht jetzt gleich komisch aus. Und dann schalte ich groß und dann geht's los. Hoffentlich geht alles gut. Nein, ich habe schon wieder Enter gedrückt. Ey, ich kann nicht groß machen, ohne die Runde zu beenden. Ja, toll. Warte mal, jetzt geht's los. Okay, Hamburg baut erstmal eine Bank. Ja, okay. Fangen wir mal an mit Hamburg. Wow. Was geht denn hier ab? Hamburg sieht ja ganz gut aus. Ach nee, die wachsen immer noch so wenig. Aber wow. Also Kohlemäßig geht's hier richtig gut ab. Wir brauchen auch hier die Elvis nicht, aber warte mal, wir können doch die Elvis auch in Bankkaufleute verändern, oder? Aber ich glaube, die brauchen auch ein bisschen mehr Nahrung. Können wir hier nochmal raufklicken? Ja. Ist das ein Bankkaufleute? Achso, das ist ein Einstein. Komm, hier wollen wir ein bisschen Kohle machen. Machen wir das mal so. Braucht nicht mehr wachsen, meint ihr? Na gut. Dann mache ich noch einen Banker. Wobei, der bringt halt hier auch drei Handel. Ich weiß gar nicht, ob der Banker mehr bringt, ehrlich gesagt. Wobei, dann müsste ich das ja hier auch machen. Na gut. Nehme ich einen Banker. Dann wachsen die nur sehr langsam. So, was wollen wir denn hier noch bauen? Gericht ist hier nicht erst Stadtmauern. Müssten wir eigentlich bauen. Wenn wir es ernst nehmen, was wir hier sagen, müssten wir jetzt eigentlich Stadtmauern bauen. Die Stadt ist auch relativ gefährdet, würde ich sagen. So, Leute. Cuxhaven hat ein echtes Problem. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir Cuxhaven retten können. Ich brauche noch einen Elvis in Hamburg. Ernsthaft? Wieso? So, wir haben doch zwei Unzufrieden und zwei Zufriedene. Das gleicht sich doch locker aus, oder? Oder habe ich das System falsch verstanden? Also, zwei Unzufrieden und zwei Glückliche. Ich glaube, ich brauche keinen Elvis dann. So. Ja, Städte effektiv kaufen. Klar. Aber welche Stadt wollen wir kaufen? Wir haben hier nur unseren Kontinent. Das ist eigentlich irrelevant. Die Frage ist jetzt trotzdem, was wir hier machen mit der Einheit. Ähm, gehen wir zur Sicherung lieber in diese Stadt. Wie sieht es aus? Oh, in Byblos sieht es ja auch nicht so gut aus. Ich würde sagen, Cuxhaven können wir erstmal vergessen. Ich tendiere dazu, tatsächlich mich zurückzuziehen nach Byblos und das irgendwie zu verteidigen. Oder hier nach Gaza. Gaza hat keine Stadtmauer. Die bräuchte mehr Unterstützung. Was meint ihr? Nach Gaza oder nach Byblos? Ja, ich denke Cuxhaven können wir aufgeben. Äh, Byblos ist verdammt wichtig wegen der Weltwunde. Das stimmt allerdings. Das ist ein gutes Argument. Aber in Byblos sind wir vielleicht mit anderen Einheiten auch noch im Notfall. Wir sehen ja, wenn die da runterziehen. Irgendwo müssen wir da auch nochmal ein paar Einheiten verbauen. Hier zum Beispiel wird gebaut. Das ist doch gut. Warum stehen hier eigentlich vier Einheiten in Themen? Aber das ist gar nicht so schlecht, dass die da stehen. Aber es fehlt eine Offensiveinheit. Ich ziehe erstmal nach Gaza. So. Jetzt müssen wir aber irgendwas machen in Themen. Was uns jetzt fehlt, ist dort eine Offensiveinheit. Wo haben wir eine Kanone? Haben wir in Memphis eine Kanone? Nein. Haben wir in Byblos? Brauchen wir die Kanone? Ich kann nur hoffen, dass die uns einfach dort angreifen. Weil dann stehen wir ganz gut da mit dem... Den Kier haben wir eine Kanone. Aber wie bringen wir die jetzt da hin? Und vor allem, wie retten wir unsere Siedler? Der scheint möglicherweise verloren zu sein. Ich gehe mal da oben hin und mache da eine Straße weiter. Wir sind jetzt hier groß am... Ich denke, wir ziehen dann erstmal hier runter, die Eisenbahn. Hier haben wir unseren Dampfer. Den werden wir jetzt mal... Und das ist jetzt ein bisschen blöd für Bremen. Den müssen wir jetzt umdisponieren, würde ich sagen. Den bringen wir jetzt hier nach Byblos oder nach Theben. Und das bedeutet, wir müssen in Bremen aufpassen. Wir brauchen hier Elvis. Tja, das ist alles ärgerlich. Naja. So geht's, ne? Okay, hier wollen wir nochmal Irrigation machen. Und dann sind wir erstmal durch. Das Problem ist, dieser Siedler... Der scheint jetzt verloren zu sein. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Warum können wir den nicht bewegen? Das ist ja Mist. Hm. In Theben Musketiere aktivieren und angreifen. Meint ihr wirklich? Ich meinte, wir haben vier. Das ist schon okay. Könnte man mal einen Angriff machen. Probieren wir es. Oh ja. Okay, das war gut. Alexandria, können wir da was senden? Ja, wir könnten... Ich weiß nicht, ob der ankommt. Eins, zwei, drei. Vielleicht kommt der hier an. Vielleicht haben wir Glück. Das können wir nochmal probieren. Achso, die Eisenbahn ist ja da. Sehr gut. Vielleicht retten wir den Siedler. Machen wir mal eine Befestigung. Vielleicht wird das was. Okay. Gut. Dann nächste Runde. Jawohl. Cuxhaven hält noch stand. Und wir haben die Elektrotechnik. Das ermöglicht Wasserkraftwerk und Hoover dann. Und das beendet den Effekt des Shakespeare-Theaters. Haben wir das? Ich weiß gar nicht genau. So, jetzt geht es hier richtig große Sache. Sprengstoffe ist auf dem Weg zur Schützeneinheit. Das ist gut für die Verteidigung, weil danach kommt die Wehrpflicht. Computer. Ähm, Computer. Wo ist denn Computer schon? Das heißt hier, glaube ich, anders irgendwie. Achso. Computer ist SETI. Das brauchen wir nicht. Großunternehmen ist auf dem Weg zum Kraftwerk und zur Krebsheilung. Atom-Theorie ist einfach nur so. Für die Atomwaffe brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ähm. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal Sprengstoffe. Und damit wir auf dem Weg zur Wehrpflicht sind, um Schützeneinheiten bauen zu können. Das wird auch ätzen, weil dann müssen wir unsere ganzen Einheiten wieder austauschen mit Schützeneinheiten. So ein ur-origes Bürgerkrieg, aber da können wir gleich was machen. Achso, weil wir wieder eine Einheit weggeschickt haben. Ah, dieses Einheiten-Wegschicken, das geht mir echt ein bisschen auf den Ketten, dass dann immer die Zufriedenheit runtergeht. Das ist echt nervig. Okay, Travemünde ist unsere Forschungsstadt. Das ist gut. Hat schon Stadtmauern. Produktion ist okay. Ein Schiff liegt hier auch vor Anker. Das wir dort eigentlich nicht brauchen. Das könnten wir im Übrigen woanders hinschicken, fällt mir ein. Da, wo es vielleicht eher benötigen. Dauert allerdings eine lange Zeit, dass da, wie das da ist. Aber von der Seite wären wir irgendwie nicht angegangen, habe ich das Gefühl. So, was machen wir hier? Ähm. Man könnte einen Diplomat bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Und versuchen, irgendwie heil rüberzukommen und zu verhandeln. Wobei. Ach, ich weiß auch nicht. Wird vielleicht auch unterschätzt. Große Kirche wäre was. Oder Fabrik halt. Karawanen für Frauenwahlrecht. Ja. Ehe wir das starten, das dauert noch ein bisschen, ehe die Fabrik fertig ist. Das Schiff wegziehen, sobald wir das Frauenwahlrecht haben. Ja, vermutlich. Ohne Diplomat würde es keinen Frieden geben. Ja, wir machen die große Kirche. Das wird uns hier einen großen Push geben, wenn wir die haben. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Bauen hier durch. Okay. Jetzt haben wir hier das Problem. Die Frage ist, ob wir hier offensiv vorgehen wollen. Zum Beispiel von hier aus. Ich denke, ja. Der hat sich noch nicht befestigt. Versuchen wir unser Glück. Aber ich will mit dem. Ah, der hat sich gerade befestigt. Ah, okay. Das geht dann nicht. Dann machen wir das mal so. Stellen wir uns erstmal offensiv hier hin. Und warten hier eine Runde. Da ist ja auch Wald. Ist gut. Und er geht sicherheitshalber weg. Und baut da die nächste Straße. Naja. Ja, der Diplomat müsste über das Schiff aus Travemünde, müsste er dann irgendwie rüberkommen, ja. Das ist in der Tat noch so ein Thema. Aber ich meinte, wir haben ja, stopp. Wir haben ja hier das Schiff. Der Diplomat kann ja erstmal hier rüberziehen. Und dann können wir das Schiff nutzen, um zum Beispiel ihn hier abzusetzen. Und dann kann er zum Beispiel schon mal mit den Mongolen sprechen oder so. Die Kanone aus Alexandria holen. Ja, das könnten wir auch machen. Dann gibt es hier noch mehr Unzufriedenheit in Alexandria. Mal gucken. Versuchen wir das. Sind wir das nächste Mal auf der sicheren Seite? Da gebe ich euch recht. Lassen wir sie jetzt nochmal stehen. Ist jetzt hier ein Unzufriedenheitsproblem? Ja. Oh, das ist das. Dieses Micro. Das führt dazu, dass wir hier heute einen langen Abend haben werden. Müssen sogar zwei hier rausnehmen. Egal. Wir schicken die jetzt gleich wieder zurück. Aha, da will er sich da vorbei. Oh nein! Oh nein! Oh, das hat wehgetan. Und Cuxhaven ist auch weg. Oh mein Gott! Jetzt greife ich aber an. Ah, verdammt ey! Okay. Erledigt. Okay. Heimazuordnung in Gaza. Ja, das Problem ist, wenn wir das zuordnen, dann kann Gaza gar nichts mehr machen. Das wollen wir eigentlich auch nicht. Lassen wir mal lieber so. Das Unruhenproblem in Alexandria ist gelöst. Ja. Gut. Wir brauchen definitiv Truppen auch noch. Also, warte mal. Hier sind drei. Byblos. Byblos ist gefährdeter. Wie sieht es hier aus? Und in Flensburg. In Flensburg brauchen wir. Die ziehen wir nach Flensburg. Und ansonsten müssen wir halt mal irgendwo auch nachproduzieren. Aber irgendwo geschieht das auch. Ja, Alexandria braucht auch was, ja. Aber ich glaube, in Theben bauen wir. Und dann gibt es da Verstärkung. Flensburg baut selbst. Okay. Machen wir erstmal dorthin. Unsere Eisenbahn. Dann wären wir. Ah ja. Verdammt. Ihr habt recht. Flensburg baut selbst. Dann war es jetzt ein kurzer Unsinnszug. Alles klar. So. Das haben wir, glaube ich, für Alexandria hier bereinigt. Genau. Da machen wir jetzt nochmal Irrigation. Und hier haben wir die Eisenbahn. Bald haben wir die Linie durch, Leute. Ja, und jetzt die Frage. Wo bringen wir es hin? Nach Byblos? Wie viel haben wir Produktion in Byblos? Ja, ich würde sagen, wir bringen es nach Byblos. Ist näher dran an den riskanten Anlandungen. Produktion in Flensburg wechseln. Nö, ich will, das will ich schon noch einmal bauen lassen. Ich ziehe den jetzt rüber nach Alexandria. Ist schon korrekt so. Was braucht, äh, was baut Bremen eigentlich? Ach so, das Aqueduct. Ja, auch nicht unwichtig. So, das haben wir dort. Okay, prima. Ja, Bremen, Bremen. Produktion sieht in Ordnung aus. Um ehrlich zu sein, nach unserer Doktrin entsprechend, bräuchten wir eigentlich als nächstes hier Stadtmauern. Damit wir wirklich safe sind. Transportschiffe gibt es jetzt. Oryx baut Bibliothek. Das ist gut. Was ist jetzt los? Und wieder mal Bürgerkrieg dort. Okay. Äh. Weil wir Siedler... Boah. Nee, Siedler... Nee, alles gut. Warum ist denn hier schon wieder Bürgerkrieg? Hier brauchen wir irgendwas gegen den Bürgerkrieg. Sehe ich das richtig? Dass wir... Tempel bringen? Tempel? Nichts mehr? Wir brauchen hier dringend einen Tempel. Was ist hier los? Aber sowas von dringend... Ähm... Okay. Rostock hat Stadtmauern. Sehr gut. Das ist doch mal ein schöner Fortschritt für Rostock. Schaut mal. Rostock ist produktionstechnisch richtig gut am Start. Jetzt ist die Frage 6, 7, 8, 9. Ich bin am überlegen, ob wir hier als nächstes die Fabrik bauen. Ich denke ja, um unsere Produktion jetzt hier noch zu pushen weiter. Ja, der Staudamm, den würde ich dann erst bauen, wenn wir hier die Produktion richtig oben haben. Die Kirche ist auch nicht schlecht. Die Kirche ist auch nicht schlecht, aber wir konzentrieren uns. Das geht da mit der Zufriedenheit, glaube ich zumindest. So, hier bauen wir das auch mal rüber. So, Theben hat neu. Das heißt... Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo brauchen wir was? Ähm... Alexandria wird bald 2 haben. Hat aber keine Stadtmauer. Ähm... Byblos ist aber, glaube ich, gefährdeter. Deswegen schicke ich die jetzt nach Byblos. Der kommt da auch direkt an. Wie cool. Das Problem ist natürlich die Produktion in Byblos. Die kann das ja gar nicht alles hier unterhalten, Leute. So, den wollte ich nach Alexandria schicken. Heimat befestigen. Ähm... Na, wir gehen nachher nochmal in die Städte rüber. Ja, so. Also hier machen wir jetzt einfach stupide weiter mit unseren Eisenbahnen. Und wir müssen jetzt mal wirklich scharf gucken. Tja. Ja, Gott. Wenn sie hier langsam sind, sind sie halt langsam, ne? Wir werden die halt trotzdem dort rüberbringen. Wobei Theben... Achso, nee. Wir müssen es ja. Wegen der Zufriedenheit. Geht ja nicht anders. Müssen wir machen. Militär hilft uns jetzt nicht mehr zur Unterdrückung hier. Mhm. Okay, alles klar. Genau. Hoover Staudamm ist gut, wenn man Fabriken hat. Große Bibliothek von den Sulus gebaut. Die ist doch... Hm. Die ist gar nicht mehr aktiv. Jetzt haben die nur so aus Prestigegründen gebaut. In Trappenmünde haben wir mal Panik. Große Kirche ist da wichtig. Nehmen wir erst mal das hier weg. Dann ist die Panik bereinigt. Kein Problem. Und wir... Die Forschung ist unfassbar, wie schnell unsere Forschung geht. Wir sind gleich bei der Raketentechnologie. Da können wir das so gar nicht produzieren. Also Forschung ist eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Wir machen mal Wehrpflicht. Im Falle eines Falles sind wir dann bereit. Und sieben Millionen Bürger. So, das machen wir. Heimat befestigen. Heimat stationieren. So, Byblos ist jetzt ziemlich, ja, problematisch mit der Produktion. Aber egal. Ist halt nur so unsere Nordgrenzstadt. Wir bräuchten hier Siedler vielleicht, um die Situation ein bisschen zu verbessern. Oh, schaut mal. Hier haben wir eine ordentliche Produktion, aber kein Wachstum mehr. Wachstum wäre hier schon auch noch gut. Die Forschung. Ja, wir sind halb elf fertig. Ja, das Problem ist, es muss noch gebaut werden. Forschungstechnisch sind wir richtig gut dabei. Warte mal, wir sind noch nicht durch, sondern hier oben blinkt irgendwas. Ach ja, genau. Wir wollen hier weiter bauen. Und dann würde ich sagen, ja, jetzt ist es eigentlich egal. Jetzt gucken wir mal wieder, wo irgendwas. Oder wisst ihr was? Ich mache mal der Einfachheit halber. Baue ich jetzt einfach mal stupide wirklich die Eisenbahn erstmal überall aus. Oder wir könnten einen Siedler nach Byblos schicken, wo er dann die Umgebung ein bisschen verbessert. Das wäre auch möglich. Nee, wenn wir rausfahren, erzeugt das Unzufriedenheit. Äh, das ist halt das Problem. Ey, cool. So, wo machen wir weiter, Leute? Machen wir weiter bei der Straße hier. Wir sind bald fertig mit unserem Palast. Ja, da können die Mongolen eine Stadt bauen. Gut möglich. Aber sollen sie mal. Das ist erstmal nicht unser Thema. Oh, Trier baut die Fabrik. Jetzt geht es natürlich, jetzt geht es richtig ab, Leute. In Trier geht es jetzt richtig ab. Schaut euch das an. Und die erste Umweltverschmutzung wird hier produziert. Ist das nicht großartig? Ähm, so. Dann würde ich sagen, machen wir Frauenwahlrecht. 30 Runden. Das entlastet uns. Welche Auswirkungen hat das? Folgende Auswirkung. Memphis baut Siedler. Wir haben echt noch Siedler gebaut. Ähm, die verschmutzen Stadtfelder. Diese produzieren dann nur noch die Hälfte. Da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie das passiert. Das hängt mit dem Grad der Verschmutzung zusammen. Einen richtigen Schub gibt die Verschmutzung, kriegt die Verschmutzung, wenn wir Verbrennungs... Ne, wenn wir Automobilbau oder Verbrennungsmotor haben. Weiß ich nicht mehr genau. Da gibt es nochmal einen richtigen Schub. Und dann gibt es, ähm, wenn es auf der Welt irgendwie acht verschmutzte Felder gibt, dann gibt es wiederum eine Chance auf Erderwärmung, was dazu führt, dass Felder sich verändern. Dass es irgendwie Wüstenbildung gibt und solche Geschichten. Also, das ist schon, ich finde, ein sehr krasses und sehr modernes System, was hier geschaffen wurde. Memphis. Wir gucken uns mal Memphis an. Eine ganz schlechte Produktion. Aber wir haben hier einen Siedler, der Memphis ausbauen soll. Das ist, glaube ich, der Job des Siedlers hier. Und wir haben gar kein Wachstum mehr. Moment, das ist ja auch erbärmlich hier, was Memphis hier zu bieten hat. Ja, ein bisschen Produktion. Was macht man da noch? Ich meine, wir können mal Stadtmauern anfangen. Travemünde Ordnung wieder hergestellt. So, Memphis beginnt jetzt mal ein bisschen die Umgebung zu verbessern. Und ich überlege, wir werden hier Irrigation starten. Wir brauchen Nahrung. Nahrung. Das ist eine großartige... Ach so, das ist im Prinzip tut so, als ob es ein Kraftwerk gibt. Das meint das, glaube ich. Wir gucken mal. Kraftwerk. Wie heißt denn das? Kohlekraftwerk oder sowas? Kraftwerk, da haben wir es. Die Produktion der Fabriken hat sich um 50% erhöht. Ja, genau. Das heißt, es lohnt sich nur erst dann, wenn man Fabriken hat. Das heißt, nicht die allgemeine Produktion, sondern die Fabrikproduktion. Insofern würde ich sagen, wenn wir so die dritte Fabrik haben, dann passt das. Ja. Zu wenig zitiert aus Google. Okay, ja genau. Erst Frauenwahlrechte, dann Hoover. Ziehen wir erstmal hier die Verbindung durch, würde ich sagen. Und hier... Ja, machen wir erstmal stupide die Eisenbahn. Ja, Verschmutzung ist natürlich auch geringer. So, da kommen sie. Oh, Schiffe von der Seite. Verschmutzung. Oh, direkt mal Verschmutzung aufgetaucht. Ich fasse es nicht. Aber hier auf dem Gebirgsfeld, das ist nicht ganz so entscheidend. Aber krass, wie schnell geht das denn bitte? Die erste Fabrik und sofort Verschmutzung. Was geht denn hier ab, Leute? Ich bin entsetzt. So. Hier müssen wir mal aufpassen. Wir haben doch hier unser Schiffchen, ne? Ich glaube, das schicken wir mal raus. Jetzt müssen wir hier wieder nachsteuern. Ah, ist das eine nervige Sache. Noch mehr Siedler? Oh, nee, komm, das geht schon. Die Russen kommen. Aber Gott sei Dank, wir haben dort... Wir haben dort immerhin eine Stadtmauer. Wir zahlen nicht. Okay. Wir brauchen auch definitiv auf der Seite Schiffe, wie wir sehen. So, was haben wir denn hier stehen? Keine Kanone. Keine Kanone. Aber jetzt durch die Eisenbahn müssten wir doch eigentlich Kanonen problemlos da hinbringen können, oder? Müsste doch machbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, wir werden es gleich sehen. Ich gehe erst mal zur Sicherheit hier hin. Haha, vier Einheiten zerstört. Die Großlandung. Ja, ja, ich habe gesehen, dass das hintere Schifftruppen hat. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das Problem ist natürlich, wir müssen ja noch rein in die Stadt. Aber ich weiß gar nicht. Kontrollzonen mäßig, doch, in die Stadt müssten wir uns eigentlich bewegen können, ne? Weil mit 0,2 will ich nicht angreifen. Einfach weghauen. Joa. Ihr meint, ich sollte es probieren. Wir können einfach hier mit denen anzugreifen. Die könnten wir natürlich nachziehen, zur Sicherheit, wenn das schief geht. Ne, Kanoneangriff ist schwierig, weil die hat dann nur Drittelangriffsstärke. Ich würde sagen, wir warten einfach ab. Was kann schon passieren? Wenn sie weiter ziehen, greifen wir ja die Kanone parat. So, hier brauchen wir keinen Elvis in Rostock. Äh, äh, in Trier, Trier ist kein Problem in der Hinsicht. Gut, wir müssen hier weitermachen. Was ist hier los? Theben hat nochmal gebaut. Ich glaube, wir hören jetzt mal auf damit, das zu bauen. Weil wir ja bald die Wehrpflichtigen haben. Das ist eigentlich totaler Schwachsinn, was wir hier gerade machen. Wir werden in Theben vermutlich auch mal eine, eine Fabrik bauen. Und ich gucke mal. Flensburg hat selbst, das selber bald gebaut. Alexandria 2, 2, 2, die haben hier eigentlich ganz gut überall. Oh, Byblos ist jetzt sehr gut ausgestattet. Gaza eigentlich auch. Ähm, ne. Dann schicken wir es nach Alexandria, würde ich sagen. HF. So. Wollen wir da die Verschmutzung schon weg machen? Eigentlich, da stört uns die Verschmutzung eigentlich überhaupt nicht. Machen wir später. Scheiß auf die Erderwärmung. Ähm, damit die Russen nicht Hubertamm zuerst bauen. Die Russen können nix. Die können nicht bauen. Mine in die Berge, ja. Aber wir haben gar nicht die Bevölkerung, das abzunutzen. Und die Berge bringen nicht viel. Die Hügel bringen viel. So, die fortschrittlichsten Zivilisationen. Alles andere wäre eine Enttäuschung, wenn wir nicht da auf Nummer 1 wären. Nein! Was war das denn für eine Scheiße? Habt ihr das gesehen? Die haben zwei unserer Einheiten trotz Stadtmauern zerstört. Oh mein Gott. Wir haben die Wehrpflicht und sie ist sowas von dringend nötig. Wir haben die Schützeneinheit. Ich fasse es nicht. Das ist ja unglaublich. Das ist eine dreifache Verteidigungsstärke, die Stadtmauern. Wie kann denn das möglich sein? Das ist diese ZIF-Prozentzahlen, ey. Ah, meine Herren. So, Großunternehmen. Stahl. Was bringt uns Stahl? Stahl bringt uns das Schlachtschiff und gepanzerte Einheiten. Das klingt gut. Das machen wir als nächstes. Ja, wir müssen jetzt alles tun, damit die gekillt werden. Das ist ganz klar. Aber dafür haben wir... Oh mein Gott. Die letzte Einheit hier. Scheiße. Aber nee, wir können ja hier noch nachziehen. Das ist ja kein Problem. Nee, das kommt ja gleich... Die Kanone ist ja gleich dran, ne? Irgendwie kann ich die jetzt nicht vorziehen, blöderweise. So, jetzt hier befestigen. Flensburg muss was anderes bauen. Oh Gott, die Produktion ist ja hier auch ein Trauerspiel. Kornkammer 60 unten. Naja. So, bauen wir hier mal weiter. Ich möchte jetzt hier mit der Kanone zuerst ziehen. Kannst du mir die Kanone bitte geben? Okay, ich drücke auf W. Ich drücke hier auf W. Jetzt kommt die Kanone. Jawoll. Alles easy. Mir war so, als wäre ich hier unten noch das Schiff irgendwo. Aber ich finde es nicht. Schade drum. Okay, ich würde sagen, wir schicken mal direkt ein von denen nach Greifswald. Hf. Dann sind wir da schon mal ein bisschen abgesichert. Rechts ist das Schiff gewesen. Na gut, dann ist es jetzt weg. So, alles klar. Und irgendwann müssen wir dann diese neuen Wehrpflichtigen irgendwie spammen. Dann sind wir auf Nummer sicher, würde ich sagen. Okay, Oryx hat ein Tempel. Das heißt, wir können die Elvisse wegmachen. Das heißt, wir können jetzt hier gut auf Produktion gehen. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, was machen wir jetzt hier? Große Kirche könnte man hier machen, ja. Oder auch die Fabrik. 17 Runden ist natürlich super, ja. Gehen wir auch auf die Fabrik. Dann lohnt sich das Kraftwerk dann nachher umso mehr. So, die Mongolen sind schon wieder da. Die bedrohen uns schon wieder, oder? 300. Ist es das uns jetzt mal wert, oder wollen wir sagen, kein Problem? Ich meine, wir haben eine Kanone da, glaube ich, vor Ort. Na gut. Im Moment ist die Lage nicht verzweifelt, sagen wir mal so. Im Moment haben wir das Gefühl, wir hätten die Sache im Griff. So, ich will aber erst mal sehen, dass wir die Kanone dort gut zum Einsatz bringen. Ich werde das Schiff jetzt zurückfahren. Und die Kanone, würde ich sagen, kommt auch zurück nach Trier. Wobei es eigentlich egal, wo die steht, oder? Keine Ahnung, ob es egal ist. Okay, das war es mit denen. Das Schiff bleibt hier stationiert. Wir bauen hier Eisenbahn. Schwarze Felder aufdecken. Ja, das nützt uns aber ehrlich gesagt gar nichts. Können wir von mir aus machen. Weil da ist sowieso Fog of War. Genau, wir sehen eh nicht, ob da jemand kommt, wenn wir da nichts stationiert haben. Also das ist völlig irrelevant, ehrlich gesagt. Wenn du die Kanone in Trier hast, bitte Eisenbahn, Ortsumgehung für Rostock. Ach so. Weil er immer durch die Stadt zieht und der Stadt... Ah, ja, 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 okay, ich verstehe. Das Stadtfeld zählt nicht als Eisenbahnfeld. Ist das der Punkt? Ah, okay. Ah! Uh. Stimmt, in Gaza haben wir auch eine Kanone. Habe ich vergessen, aber es ging ja nochmal gut. Ja, ich kann mit Panzerschiffen auch Landeinheiten angreifen. Das habe ich schon verstanden, ja. Aber eine Kanone mit Angriff 8 ist halt besser als ein Panzerschiff mit Angriff 4. Das kann halt beim Angriff auch sterben. Das sollte man auch bedenken. Gaza hält sich. Eisenbahn bringt einfach nur plus 1 Produktion. Ich glaube, egal, ob in Hügeln oder nicht in Hügeln. Aber ich lasse mich da gerne eines anderen belehren. Warum zieht denn die KI so bescheuert? Da ist eine Eisenbahnlinie. Warum zieht die dann da runter? Ist die da beknackt oder was? Entschuldigt, Leute. Ich muss mal manchmal ausflippen. Aber das ist ja wohl wirklich mega unverständlich. Verstehe ich überhaupt nicht. Unfassbar. So, im Moment haben wir scheinbar alles im Griff. Da kommt ein Ritter, da kommt die nächste Landungstruppe. Blut macht den Boden fruchtbar. Das wäre ein cooler Effekt. Oh Gott, wir haben schon Stahl. Wir kommen überhaupt nicht hinterher, Leute. Damit Schlachtschiff. Müssten wir nicht, wann... Oh, wir müssen überlegen, wann wir anfangen mit der Produktion von Schützeneinheiten. Oha. So, wo geht es denn jetzt weiter? Computer, Großunternehmen, Großunternehmen geht in Richtung Gentechnologie, Krebsheilung, Kraftwerk. Kraftwerk brauchen wir eigentlich nicht so dringend, weil wir Hoover machen wollen. Ist aber... Ach, wisst ihr was? Das ist jetzt alles gar nicht so entscheidend. Flugzeug, ja, was ist Flugzeug eigentlich? Wie kommt man... Flugzeug ist... Hä? Warum können wir denn Flugzeug eigentlich noch nicht? Das ist doch schon lange dran. Flugzeugbau. Dafür brauchen wir Verbrennungsmotor und Physik. Und warum haben wir... Hä? Verstehe ich nicht. Was fehlt denn da noch? Und Großunternehmen? Das steht bei mir gar nicht. Okay. Steht in meiner Übersicht gar nicht. So, Greifswald baut Universität. Das ist aber auch jetzt das Letzte, was wir im Bereich der Forschung machen. Überhaupt nicht nötig, Leute. Überhaupt nicht nötig. Wir gucken jetzt mal kurz. Greifswald braucht jetzt erstmal für sich selbst einen Schützen, wobei hier ist keine Kaserne. Muss vielleicht auch nicht sein, ne? Greifswald, wie sieht es aus mit der Produktion? Gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich fehlt Feudalismus, ja. Möglich. Wir könnten eine große Kirche bauen. Und wir könnten eine Fabrik bauen. Irgendwie gefällt mir ja auch hier die Fabrik besser. Rostock Fabrik kaufen und schützen pumpen. Das könnte man allerdings auch machen, ja. Wie viel Geld haben wir? 383. Ich guck mal. 100. Ja, wisst ihr was? Das machen wir. Ihr habt recht. Wir werden jetzt Rostock zur ultimativen Schützenfabrik machen. Klingt irgendwie komisch. So. Du gehst da wieder in Stellung. Und hier... Achso, wir haben ja hier nicht. Alles gut. Großunternehmen. Refining. Verbrennung. Flug. Okay. Travemünde kann jetzt die Elvisse loswerden. Aber was machen wir stattdessen hier? Ah, nur ein Elvis. Das ist alles nicht so lohnenswert. Ja, okay. So, Rostock hat die Fabrik. Und jetzt geht's los. Ähm, schützen. Zwei Runden. Das ist doch geil. Alle zwei Runden. Alle zwei Runden Schütze. So. Jetzt, liebe Leute. Äh, ich würde sagen, jetzt greife ich die an. Ja. Und das hat schon mal geklappt. Und dann greife ich nochmal an. Und das hat auch geklappt. Und dann fahren wir zurück. Das nennt sich Verteidigung. Das ist Vorwärtsverteidigung. Leute, so muss das laufen. Hervorragend. Was ist das denn hier? Ach so. Wir sind immer noch in Kiel dabei, hier irgendwas zu verbessern. Aber das ist eigentlich Quatsch. Kiel braucht jetzt erstmal Eisenbahn. Ach so, im Norden, ja. Das stimmt. Der Norden. Den dürfen wir nicht vergessen. Immerhin. In Byblos kann ich das nicht so richtig machen. Äh, ich könnte es in Gaza machen. Aber, naja. Da haben wir halt kein Boot, ne. Wir wissen immer auch nicht, wo sie kommen. Kurz vor und wieder zurück ist schwierig. Nur mit der Kanone geht halt nicht. Weil die ist halt empfindlich. Okay. Wir halten das dort noch ab. So, Bremen hat Stadtmauern. Gut. Damit ist Bremen auch geschützt. Einigermaßen geschützt. Bremen hat nach wie vor eine super Produktion. Ah, wir brauchen als nächstes in Bremen auch die Fabrik. Ja, da brauchen wir eine Mauer. Das stimmt. Da könnte man eigentlich mal eine Mauer kaufen. Ja. Das wäre ganz gut. Eine Mauer kaufen. Wisst ihr was? Wir ändern das mal auf Mauer. Und gucken mal, wie teuer das ist. 168. Das gönnen wir uns jetzt hier. Dafür investieren wir. Das ist gut. Guter Hinweis. Okay. Ah, da kommt das nächste Schiff. Sehr gut. Aber diesmal ist da nichts drin, glaube ich. Prima. Gut. Ja, was gönnen wir uns hier jetzt? Wir waren hier dabei, eigentlich eine Bibliothek zu bauen. Aber das ist Quatsch jetzt eigentlich. Baue ich lieber eine Bank oder eine große Kirche? Haben wir einen Tempel hier schon? Ja. Schützen hier zu bauen, ist Unsinn. Also ist eigentlich egal. Karawane. Ach, ist auch irgendwie so doof. Was wir da bauen, ist total banale. So. Jetzt müssen wir ein System entwickeln, wie wir das jetzt verteilen. Das wird jetzt total nervig. Ich würde sagen, wir fangen in der Heimatstadt an. Ähm, aktivieren, befestigen und entlassen. Schützen nach Gaza schicken. Schützen nach Gaza schicken. Das müssen wir alles einzeln machen. Ne, wisst ihr was? Wir müssen eine zweite Produktion von Schützen hier irgendwo organisieren. Das geht einfach nicht. Wenn hier eine Fabrik gebaut ist, ich kann nicht da per Hand das alles nach Gaza schicken. Dann mache ich mich ja tot. Das geht gar nicht. Kann man eine Bahn durch die Stadt bauen? Geht das? Fabrik in Theben kaufen? Ich glaube, das können wir noch nicht. Dazu sind wir jetzt nicht reich genug. Man kann das? Okay, wow. Das muss ich da ja systematisch überall machen. Guter Hinweis, ja. 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 Okay, Gaza hält stand. Aber ehrlich gesagt, für unsere Ökonomie ist das auch völlig irrelevant, ob Gaza standhält oder nicht. Achso, ich wollte ja durch die Stadt was bauen. Na gut. Schlachtschiffe sind auch gut, ja. Kann Bremen dann vielleicht bauen. Großunternehmen. Raffinieren. Expedition des Magellan. Ey, wie lächerlich. Damit halten die sich auf. Okay, Hamburg hat Stadtmauern. Sehr gut. Gut. Hamburg ist Produktion nicht so dolle. Was machen wir denn da? Bauen wir langsam an der großen Kirche. Rostock ist Panik. Wieso ist denn Rostock Panik? Ah, die sind wahrscheinlich gewachsen. Wer hätte das gedacht? Ist aber in Ordnung. So, jetzt nur kurz gucken, wie wir das hier noch am besten weiterentwickeln. 3, 3, 3. Hier ist jetzt quasi um Travemünder rum alles eigentlich ausgebaut. Wir können jetzt hier anfangen. Achso, wir wollten in den Städten noch bauen. Das mache ich jetzt mal. Geht nicht, Leute. Erdrücken bringt nix. Fehlinformationen. Vielleicht ging es bei Civ 2. Oh, Leute. Das hatten wir ja noch nie. Was geht denn hier los? In den Städten sind Kopfbahnhöfe. Da muss immer umgespannt werden, ja. Feiern die Verschmutzung. Ja, deshalb Umgebung bauen. Genau, das machen wir. So, die Bank hilft uns hier mit Sicherheit auch weiter. Wir haben hier noch keine Stadtmauer in Alexandria, ne? Aber wir haben hier auch nur eine Produktion. Oh Gott, ist das erbärmlich. Das ist ja super erbärmlich. Hier ist es, das ist so eine Stadt, wo es total egal ist, was wir bauen. Fangen wir mal einfach die Stadtmauern an. So. So. Das ist ja super erbärmlich. So. 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 In Alexandria sind zu viele Elvis. Ach ja, weil die Leute, ah, okay, alles klar. Dann haben wir ja doch ein bisschen Produktion hier. Guter Hinweis. Sollte jede Runde um einen Bürger wachsen. Stimmt. Ah, verdammt. Jetzt haben wir das Wachstum abgebrochen. Ist egal. Da soll auch nicht so viel gefeiert werden. So. Ihr geht jetzt nach, ähm, Greifswald. Oh Gott. Das, ach ne. Das brauchen wir da sogar. Das wird ein Microfest, Leute. Das wird unglaublich. Aber wir ziehen es durch. Wir skalieren uns hier so richtig hoch. Wir snowbollen hier so richtig. Wir haben schon 8 Millionen. Verschmutzung in Trier. Oh, jetzt wird es ernst mit der Verschmutzung. Wir haben schon die Raffinerie. Unglaublich. Unsere Forschung. Wahnsinn. Ähm. Heimat muss ich noch ändern. Das stimmt, ja. Kraftwerk. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen Huverdamm. Deswegen machen wir jetzt Verbrennungsmotor. Dann wird es richtig krass mit der Verschmutzung. Ostdock Panik. Schon wieder? Wieso das denn eigentlich? Hatte ich da nicht gerade was weggenommen? Was haben die... Ach so. Wegen der... Wegen... Ah, ja. Heimat ändern. Ich weiß. Travemünde hat die große Kirche. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, Travemünde kann jetzt hier richtig weiter abgehen. Ja, das heißt aber nur Meeresfelder. Oh, schaut mal. Die große Kirche ist richtig lohnenswert. Richtig lohnenswert. Dann machen wir jetzt in Travemünde. Dann machen wir jetzt in Travemünde... Wir werden es gleich erleben. Machen wir auch eine Fabrik hier. Hier haben wir immer noch Universitäten gebaut. Okay, Leute. Wir skalieren weiter in der Forschung. Wir skalieren ohne Ende weiter. Hier haben wir aber noch keine Stadtmauer. Das ist das Nächste. Die 30 Runden haben wir auch Zeit. So, jetzt ist aber ganz wichtig, dass wir hier die Heimat richtig festlegen. Das war nämlich hier das Problem. Aber das geht wahrscheinlich erst nächste Runde, oder? Oh, wie doof von mir. Dann müssen wir das im Rostock später machen. Ärgerlich. So, wo sind wir hier? Okay. Ist das im Wald? Ja. Ich will mal ganz kurz gucken. Theben. Hier unten. Können wir noch hübsch was machen? So, jetzt aber H. F. Geht doch. Dann müsste das sich von selbst schon wieder erledigt haben. Dann gehen wir wieder hier hin. Alles gut. Ja, ja. Ich schaue mir fast immer die Zufriedenheit an, ja. Nicht immer. Ich versuche es, darauf zu achten. Ich gebe mir Mühe, ja. Memphis Bürgerkrieg. Da sind die Stadtmauern fast fertig. Da müssen wir was tun. Okay, dann geht es jetzt hier los. Eine Einheit von Memphis ist außerhalb der Stadt? Ja, das weiß ich. Das geht leider nicht anders. Die ist, glaube ich, in Gaza, weil Gaza das nicht selber vernünftig finanzieren kann. Ist nicht optimal, aber ist halt so. Wie groß Trave mündet schon? Ist Wahnsinn, ne? Oh, oh, oh. Das nächste Schiff ist da. Hameln greift halt noch unsere Kanone. Ne, ne? Stalin. 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 Verschmutzung. Was ist Verschmutzung? Müssen wir mal kurz gucken. Äh, ist das P? Soll das ein P sein? Ja, Pollution, ne? Okay, Leute. Wir müssen was tun. Wir müssen eine Kanone. Ja. Wir, ja, eine Kanone, ne? Am besten. So, diese Kanone. Und das brauchen wir da. Halt, ne, wir brauchen gar keine Kanone. Wir können auch mit denen angreifen. Die sind nämlich auch ziemlich stark im Angriff. Wobei, die sind jetzt nur zwei Dripel so stark. Egal, ich greife trotzdem an. Wo, ne, wir haben ja Einheiten derselben Klasse vor Ort. Wir haben ja hier eine Einheit. Die müssen wir auch noch Heimat zuordnen. Äh, Heimat erst mal. Warten. So. Drei Angriff ist nicht so stark. Wir haben ja deutlich stärker als unsere vorherigen. Schützen, oder was das da war. Gut. Das ist aber immer noch die falsche. Hier. Ja. Soweit zu diesem Thema. Warum hatte ich nicht die Geduld, mit der Kanone einfach dorthin zu rollen? So, wollen wir mit, äh, zwei Drittel Stärke angreifen? Nein. Wollen wir nicht. Wir befestigen uns hier einfach. Hahaha. Ah, das Schiff hätte ich noch rausholen können. Da sind die Nächsten. Aber wie die mit ihren Popel-Einheiten da ankommen, das haut ihre gesamte Produktion weg. In Byblos haben wir auch eine Bibliothek. Krass. Ich aktiviere mal hier das Schiff. Und wir ändern das Ganze. Wir haben ja hier kein Wachstum mehr. Ja, machen wir mal ein bisschen was Kleines hier. Marktplatz. Ja, Byblos braucht Farmen, aber da sind halt Siedler sehr, sehr, leben dort riskant. Das ist das Problem. Deswegen machen wir das eigentlich nicht. Okay. Hä, warte mal. Achso, da sind die noch. Flensburg. Was hast du hier am Start? Haben wir hier noch irgendwo eine Kanone stehen? In Thäden? Oder sind die Kanonen... Achso, die sind ja zerstört worden. Wir brauchen, glaube ich, auch nochmal eine zweite Offensivwaffe. Irgendwo in der Welt. Hahaha. Äh, Gaza zuweisen, weil die gestorben ist. Naja, es sind immer noch... Ja, das Problem ist... Nee, geht nicht. Nein, geht nicht. Ja, geht nicht. Oh nein, unsere Kaserne sind veraltet, oh nein, verdammt, Flugzeugbau ist das nächste. So, ja, ich sollte mit dem Boot auslaufen, das stimmt, guter Hinweis. Rostock muss jetzt erstmal wieder Kasernen bauen. Und sicherheitshalber, gehen wir mal hier hin. Und hier warten wir lieber. Jawohl. Aber da müssen wir wieder an die Zufriedenheit denken, ne? Ne, reicht genau, sehr gut. So, was machen wir hier? Hier haben wir ein kleines Problemchen. Wir haben keine Offensiv-Einheit hier irgendwie in der Nähe. Und unsere armen Siedler, hm. Mit mehr Schiffen könnte ich die Transportschiff... Ne, könnte ich nicht, weil ich ja immer in der Stadt bleiben muss. Aber wir brauchen in der Tat jetzt schnellere Schiffe. Dann sind wir deutlich flexibler. Also das muss das nächste sein. Wir müssen gute Schiffe bauen. Haben wir hier eine Kanone? Ne, wir haben überhaupt keine Kanone mehr. Das ist blöde. Aber wir haben doch hier eine Kanone, ne? War die schon im Einsatz? Ah ja, die habe ich schon... Ah ja, die war schon im Einsatz. Ja, genau. Kreuzer brauchen wir. Kreuzer brauchen wir. Das wäre wichtig. Biblos hat eine Kanone? Stimmt. Guter Hinweis. Die können wir noch runterziehen. Die Frage ist, wo wir sie hinziehen. Eigentlich müsste sie nach Flensburg. Ich fürchte, da kommen wir bloß nicht hin. Was machen wir denn da? Doch, da können wir... Können wir über Eisenbahn... Schaltet die Eisenbahn die Kontrollzonen aus? Ne, ne? Ja, ich baue noch Kanonen, ja. Wir brauchen bloß erst wieder neue Kasernen. Wir brauchen noch ein paar Offensiv-Einheiten. Das gebe ich zu. Tja, Leute. Ich muss die hier lassen. Unterhalt Thebenwarten. Ja. Schwierig. Angreifen mit 0,1. Weiß ich nicht. Ist mir zu riskant. Gerade gegen eine Verteidigungseinheit. Würde ich eher ungern machen. Okay, das ging gut. Gut. Oryx hat eine Fabrik. Sehr schön. Das heißt, in Oryx sind wir jetzt auch produktionsstark. Dann wird Oryx hier unser neuer Ort für Einheitenbau. Dazu benötigen wir aber die neuen Kasernen. Die in drei Runden soweit sind. Hervorragend. Achso. Huverdamm. Ne. Im Moment. Jetzt noch nicht. Das machen wir dann, wenn wir das Frauenballrecht haben. Byblos. Was ist denn da los? Achso. Weil die Einheit raus ist. Ach ja. Gott. Wie ich das... Das ist wirklich ein nerviges System, Leute. Das ist ein richtig nerviges System. Oh nein. Fuck. Wir haben unser Schiff verloren. Naja. Wir wollten eh die neuesten Modelle haben. Warten wir mal hier. Ja. Ritter sind stark. So. Wie kommen wir hier weiter? Das Panzerschiff aktivieren. Achso. Ich kann ja immer durchfahren. Ah. Das vergesse ich. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir hier runterfahren... Ne. Wir haben volle Angriffskraft. Jawohl. Jetzt ist er natürlich gefährdet. Ich würde sagen, wir bringen ihn mal in Sicherheit. Kann er da oben weiter bauen. Und wir könnten überlegen... Ja. Wir müssen hier natürlich aktiv angreifen. Jawohl. Alles klar. Insofern war er gar nicht gefährdet. Mhm. Alles gut. Also, Kreisverwaltung muss ein Standort für ein Schiff sein. Das ist auf jeden Fall mir wichtig jetzt. Rostock baut Kasernen. Okay. Ich würde sagen, in Rostock machen wir mal was ganz Ungewöhnliches. In Rostock bauen wir jetzt einen Kreuzer erstmal. Als nächstes. Den brauchen wir, glaube ich, noch wichtiger als alles andere. Was hat der nochmal für eine Kampfstärke? Kreuzer 666. Das ist doch super. Das ist doch super. Und du bleibst... Das Ding kommt aus Trier eigentlich, ne? Wisst ihr was? Wir machen mal hier die Heimat von der Kanone. Schlachtschiff hat 18, 12, 4. Aber, Leute, entscheidend ist die 4. Für uns ist viel wichtiger, dass wir sofort, wenn wir den Gegner sehen, flexibel schnell dort sind. Und der Gegner hat halt auch nur poplige Truppen. Deswegen sind die 2 Felder mehr. Meines Erachtens heben die Kampfstärke auf. Bin ich... Bin ich ziemlich davon überzeugt, dass das wichtiger ist. In diesem Falle. So, wartet mal kurz. Jetzt machen wir was anderes. Achso, wir sind hier noch nicht fertig. Südlich von Memphis der Sumpf. Ja. Das sind wir jetzt nicht. Wir sind erstmal hier. Und machen hier erstmal alles voll, was wir noch hier an... Eisenbahn benötigen. So, Flensburg wieder in die Befestigung. Und die Kanone kommt jetzt mal nach Theben, würde ich sagen. HF, bleibst du in Theben. Road. Tja, und das Schiff schicken wir zurück. Im Moment ist hier in Flensburg mehr los, ne? Was hat in Flensburg für die Produktion? Kannst du das ab? Ja, komm. Müssen wir uns nächstes Mal HS machen. Müssen wir uns nächstes Mal HS machen. Gut, Theben ist damit jetzt auch geil drauf. Und ich würde sagen, da wir jetzt erstmal militärisch uns hier absichern wollen, werden wir auch in Theben hier die neuen Kasernen noch erstmal bauen. Vier Runden. Hoover machen wir, wenn wir Frauenwahlrecht haben. Oryx hat Kasernen. Wir müssen jetzt erstmal wirklich die Verteidigung stärken. Hoover kommt noch. So, Kasernen. Kasernen, Kasernen. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Jetzt würde ich sagen, lohnt es sich noch Kanonen zu bauen? Wollen wir hier mit Schützen anfangen? Ich würde mal sagen, eine Kanone bauen wir nochmal. Ist Oryx eigentlich eine Hafenstadt? Ich glaube nicht, ne? Flugzeugbau. Ja. Jagdflugzeug. Also brauchen wir eigentlich ja nur, wenn der Gegner Bomber hat. Sonst sind die sinnlos. Insofern ist Bomberbau natürlich interessant. Atomtheorie, Automobilbau bringt gepanzert. Oh, das bringt Panzer. Komm, wir bauen Panzer. Das muss natürlich sein. Luxussteuer auf Kosten von Forschung. Könnte man auch machen. Wir gucken überhaupt mal kurz, was die Phase ist. 151, 149. Okay, das ist nicht so dolle. Ähm, ja, da muss ich wieder alles durchgehen, ne? Ja, aber es stimmt schon. Wir sind einfach zu schnell in der Forschung. Wir machen das mal. 30 Prozent Luxus. Und das bedeutet aber, dass wir... Na, wir machen das nicht sofort. Wir machen das nach und nach immer in den Städten, wo wir gerade was verändern. Gucken wir, was wir machen können. Es ist mir zu viel jetzt da alles durchzugehen. Bin ich zu faul. So, da kommt schon wieder das nächste Schiffchen. Oh! Alexandria feiert. Wegen der Luxussteuer. Ja, wahrscheinlich. 9 Millionen. Ist ja auch mal gut. Dann haben wir über ein bisschen Feiertage. Gönnen wir uns mal. Ähm. Straße nach Gaza. Ja, das... Nein, das ist halt ein Problem. Hier können Einheiten sein. Wenn ich den Siedler dort alleine hinschicke, das muss ich halt irgendwie verteidigen, ne? Das ist das Problem. Und dann ist wieder Unzufriedenheit. Das machen wir alles, wenn wir Frauenwahlrecht haben. So, wo ist jetzt das Schiff? Ach so, das Schiff ist kaputt. Wenn du Panzer hast, kannst du das machen. Ja. Was ist eigentlich hier? Wo bauen wir jetzt eigentlich hier das Weltwunder? In welcher Stadt bauen wir das Weltwunder? In Greifswald? Bauen wir das überhaupt irgendwo? Hamburg? Nee. Trier? Ah, Trier. Ja, ist auch bald so weit. Ist auch bald so weit. Ist doch gut. Haha. Hat unseren Siedler gesehen. Hat Angst bekommen. Ah! Kaum schaue ich, schon ist es da. Ja, großartig. Großartig. So, das erleichtert die Sache. Und hier ist die Zufriedenheit bestens. Jetzt werden wir wechseln auf Huverdamm. 24 Runden. Geil. Und das wird uns so richtig nach vorne pushen, ey. Wahnsinn. Unsere Produktion ist echt der Wahnsinn. Bremen baut jetzt Fabrik. Sehr gut. Das heißt, in Bremen werden wir jetzt auch... Boah, ist aber auch kein Problem mit irgendwelchen Unterhaltskram. In Bremen werden wir jetzt auch Kreuzer bauen. Achso, Elvis raus. Ja, oh, oh, oh. Stimmt, das will ich ja in jeder Stadt jetzt checken. Wobei... Ja, doch, müssen wir. Können wir. Zwei. Hä? Was ist das denn? So. Yeah! Unser erster Kreuzer ist da, Leute. Leider kommt er noch nicht hin, weil er da nicht gut stationiert war. Das war ja auch nicht sein Stationierungsort. Sehr geil. Jetzt ist die Frage, ich würde sogar so weit gehen, in Rostock jetzt direkt noch einzubauen. Dann haben wir diese Sache hier klar. Dann ist das sicher. Dann machen wir Greifswald ein und Travemünde ein und das ist gut. Und dann sind wir erstmal hier wieder auf der sicheren Seite. Kaserne in Bremen. Ach ja. Ach ja. Guter Hinweis. Machen wir erst die Kaserne. Stimmt. Zwei Runden. Ist ja ein Klacks. Elvis in Rostock habe ich wieder nicht geguckt. Äh, es ist... Ja, aber brauchen wir tatsächlich. Brauchen wir. Gut. Wunder pushen ist nicht notwendig. Ja, denke ich auch. So, da kommen sie wieder. Mit einem Siedler sogar. Ich fasse es nicht. Boah, das wird ja jetzt... Das wird jetzt ganz schön unangenehm, oder? Wisst ihr was? Den Sulos geben wir jetzt was. Die sind doch total hinterher. Kommt. Wir geben denen das. Ich gebe ihnen das. Ich entscheide das jetzt mal. Frieden. Frieden. Der erste Friedensschluss. Der Chat so, nein. Flensburg hat ein Tempel. Das ist gut. Dann würde ich sagen... Flensburg müssen wir auch gleich das Schiff mal aktivieren. Äh, dann kommt jetzt hier eine Stadtmauer. Wagen wir uns mal hier nach vorne. Okay, hier haben wir eine Kanone gebaut. Das ist gut. Die Kanone schicken wir nach Flensburg, weil da ist am meisten immer los. Jetzt ist die Frage, was bauen wir denn hier jetzt weiter? Noch eine Kanone? Schützen. Schützen. Wollen wir jetzt hier die Schützengeschichte raushauen? Können wir eigentlich machen, oder? Schützen zwei Runden. Ja, wir starten jetzt hier die Schützennummer. Okay. Kanone geht runter. Und kriegt dort auch die Heimat. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die klarkommen damit. Aber müssen sie halt. So. Weg. Weg. Jetzt kann uns hier nichts mehr, Leute. Neue Heimat. Weg. Drei Einheiten zerstört. Haha. Großartig. So verteidigt man sein Heimatland. Ja, der Siedler. Das ist egal. Die andere Einheit ist... Achso, ja, die hätte ich noch vernichten. Ja, stimmt. Den Siedler sollte ich vielleicht noch vernichten. Machen wir das beim nächsten Mal? Oder lassen wir ihn da rumarschen? Ja, was will der Siedler schon tun? Der kann uns helfen dort. Ich meine, ich könnte die Kanone... Ja, kommt. Ne, machen wir nicht. Kanone raus. Meint ihr? Das können wir doch nächstes Mal mit dem Schiff noch besser machen, oder? Verliert der nicht einen Zug? Ja, schaut mal. Der verliert einen Zug. 0,2. Das ist scheiße. Nicht Kanone raus. Kanone raus ist ein Fehler. Schiff raus. Oder angreifen lassen. So, da ist der blöde Siedler. Der zieht da rüber. Äh, was? Was? Wir haben den... Was ist das denn? Ich bin entsetzt. Was für eine Schweine. Unglaublich. So, Theben hat auch Kasernen. So, in Theben... Äh, in Theben werden wir jetzt ebenfalls Kreuzer bauen. Damit wir auf der Seite auch moderne Schiffe haben. Achso, das wollte ich eigentlich in Bremen machen, ne? Äh, ja. Egal. Zwei Kreuzer brauchen wir eh. Wir müssen uns jetzt hier verteidigen. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Ja, ich höre nicht auf euch. So. Manchmal höre ich nicht auf euch. So, was machen wir jetzt mit den Schiffen? Ähm. Ja, wir müssen jetzt irgendwie raus mit der Kanone. Ich meinte, das ist ja kein Thema. Gegen den ist das ja kein Thema. Der Siedler nervt nur ein bisschen. Schaut mal. Und das hätten wir jetzt mit dem Schlachtschiff nicht hingekriegt. Angriff. Alles klar. So, dann haben wir hier hinten ja langsam alles erledigt. Hier unten können wir noch schick was machen. Ähm. Ach so, die Musketiere könnte ich auch nehmen. Ja, auch keine schlechte Idee. Aber wir wollen ja auch, dass es klappt. Wir wollen ja auch, dass es klappt. Haben wir nicht hier hinten irgendwo noch ein Schiff liegen? Ach ja, in Flensburg, ne? Da müssen wir auch nochmal rausfahren. Und hier reicht die Reichweite nicht. Das ist die Schlachtschiff-Reichweite, die wir da sehen. Zwei. Oh. Jetzt geht die Verschmutzung richtig los. Automobilbau. Panzer. Yeah. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt mache ich das mal so ein bisschen willkürlich. Atomtheorie. Einfach so. Ist egal. Alexandria hat Stadtmauern. Oh, schaut mal. Die Straßen. Habt ihr die Straßen gesehen? Die sahen cool aus. Ähm. Okay. Panzer. Ja, genau. Stadtmauern. Alexandria. Was machen wir denn jetzt hier? Oh, Alexandria braucht noch ein Aquädukt. Ja, das wäre hier das nächste, genau. Zehn Millionen, Leute. Es skaliert so richtig ab. So, dann tauschen wir jetzt hier erstmal aus. Okay, hier unten war irgendwas los, glaube ich. Soviel zu diesem Thema. Freier Musketier als Bewachung mit Siedler. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das machen wir demnächst mal. Finde ich okay. Gut. Oh, hier ist ja noch ein Gegner. Uh. Was ist denn hier los? In Kiel haben wir nur eine Einheit? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Aber da können wir was tun. Da können wir was tun. Ziehen wir mal. Das ist ein bisschen umständlich jetzt, aber es geht. Die bringen wir mal kurz zum Schutz da noch mit rein. wie gut dass wir die eisenbahn haben die sudos können auch mit eisenbahn ich glaube nicht da kommt die nächste lande flotte ja weil wir raus sind mit der einheit ich habe wieder nicht umgestellt mache ich gleich mache ich gleich machen wir mal gleich hier so was doof ist nein 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 das kann doch nicht wahr sein ich fasse es nicht bitte aufklärer flugzeuge ja aber wie sollen wir die denn da zum einsatz bringen die müssen immer am ende der runde wieder in der stadt sein ich werde mit sicherheit nicht jede runde einfach die flugzeuge daraus ziehen was ist das für eine heidenarbeit das ist glaube ich das glaube ich unpraktikabel wenn ich das mal so sagen darf wir gucken mal ob wir hier eigentlich noch irgendwelche stadtfelder besetzen können hier unten tatsächlich geben wir da oben hin so jetzt noch mal das ganze jawohl so sieht das nämlich aus okay langsam aber sicher haben uns hier gut durchgearbeitet jetzt ist bremen hier noch ein bisschen daran jawohl vier einheiten zerstört mine mine wäre gut ja das wäre eine gute einheit so was ist mit rostock los jetzt müsste doch eigentlich alles klar sein hier mit unzufriedenheit und so ach so das bötchen aber es sollte in der nächsten runde geklärt werden ein boot ist ja zerstört worden das heißt wir müssen leider hier noch weiter boote bauen wahnsinn und die verschmutzung nimmt zu hoch mein gott mehrfache hinsicht so sind wir hier durch nein ach so wartet nee das machen wir nachher mal anders tja wollen wir die in rostock stationäre ich würde sagen in greifswald lieber die haben die mine zerstört in kiel okay war mit der verschmutzung das geht jetzt ja so das skaliert ja so krass nach oben gut ich würde sagen wir tauschen das eine boot mit dem anderen aus oder bringen das nach büblos auf jeden fall müssen wir raus fahren also hier brauchen wir zwei schiffe solange wir noch nicht zwei schiffe haben darf das hier noch weiter existieren das kommt nach greifswald müssen wir noch heimat zuordnen okay oh ja da kommen ja schon die nächsten freunde am besten ich sage immer nein weil es bringt ja offensichtlich gar nichts hmm 10 Einheiten Sehr geil So Memphis Okay Also wenn wir das erstmal durch haben Dieser Austausch Also dass es keine Upgrades gibt Ist echt krass Jetzt kann nur noch die Munition ausgehen Oha Oh Die nächste Oh verdammt Shit Und wir kommen nicht mehr hinterher bei der Verschmutzung Leute Atomtheorie Machen wir jetzt mal Modernen Flugzeugbau In Rostock schon wieder Panik Weil irgendeine Einheit draußen ist Oder was Ja Okay Greifswald hat auch die Fabrik Puh Wir müssen hier Heimat zuordnen Das machen wir das nächste Mal Wir verlieren hier Nahrung Aber der Elvis kann eigentlich arbeiten Ja So Jetzt ist die Frage Was machen wir denn jetzt hier Man könnte auch mal eine Karawane machen Man könnte auch mal eine Karawane machen Um zu unterstützen Wir könnten auch eine große Kirche Das würde hier auch sehr helfen Machen wir die große Kirche Siedler Ja Ein Siedler ist zerstört worden Das stimmt So Wo haben wir jetzt unser Schiffchen Das möchte ich jetzt erstmal haben Nee Geht jetzt nicht Dann machen wir hier erstmal weiter Oh Rix Was bearbeitest du hier Ja Machen wir jetzt mal hier So Hier waren doch auch irgendwo Gegner Oder was Nee Wir wollten nach Byblos fahren Äh Ja Das ist aber Groß D Nicht klein D Und ich weiß nicht Ob ich mit Schiff Groß D Hier arbeiten kann So Wir haben das zweite Schiff Das ist noch was anderes Mit dem Shortcut Ich kann es ja mal probieren Ob das mit Mit Schiff Klappt So Wollen wir da hochfahren Oder lohnt sich das nicht Ich bringe sicherheitshalber Erstmal die Kanonen dahin Das lohnt sich doch Allein deswegen 17er Stadt Wir bleiben erstmal hier stehen Wat wohnen Schiff vor der Nase übersehen Ach da Verdammt Das kleine Schiffchen Habe ich übersehen Ah Das ist natürlich ärgerlich Okay Hm Nicht so gut Das ist unangenehm Aber wir werden es überleben Schade drum Ich habe Haar vergessen Wo? Nein Ich bin nur fokussiert Immer diese Frage nach irgendwelchen Physiognomischen Fehlern Das kann man sich auch mal sparen Wenn man was übersieht Sinnlose Fragen Hier haben wir einen Marktplatz gebaut Wir verlieren hier Nahrung Tja Was lohnt sich hier schon zu bauen Der Elvis kann sowieso weg hier Fangen wir mal hier mit der großen Kirche an Den Elvis bringen wir nochmal Hier hin So Dann wird hier auch wieder Wachstum Okay So Warte mal Jetzt würde ich sagen Das Schiff wird aufgelöst Und hier H Und S H Und S Und jetzt Haben wir trotzdem noch Alle Zeit der Welt Das Schiff zu knacken Und dem stellen wir uns hier einfach noch in den Weg Und damit fahren wir jetzt wieder nach unten Ein hin und her Ja damit verbringen wir jetzt unsere Zeit So Hier geht es nach Memphis H Das aktivieren F Und jetzt versuche ich mal Shift D Mal gucken ob jetzt alles abstürzt Ey es geht Shift D funktioniert Ja super Pollution Oben sind Gegner Ah ja Oben waren die Gegner Ich dachte Oh Leute Das wird ein langer Abend Und die Unkonzentriertheiten beginnen jetzt schon Ähm Joa Clever Clever von mir Naja 1844 Ja jetzt wäre die Kanone da echt gut gewesen Die hätten wir da gut gebrauchen können Sicherheitshalber fahre ich jetzt wieder nach oben Ah schaut mal Gut dass ich das gemacht habe Oh aber das ist so penetrant was die da betreiben Okay wir haben den zweiten Das heißt in Rostock werden wir jetzt erstmal wieder umstellen auf Wisst ihr was In Rostock bauen wir jetzt mal ein Panzer Das wird Zeit Und Wir fahren von Rostock aus Dahin Dann haben wir in beiden Städten jetzt was Und diese lustige Kanone kommt wieder nach oben Und ich setze sie aber noch nicht ein Erst in der nächsten Runde Hier machen wir Pollution Und Bremen hört jetzt damit auf Und Bremen beginnt damit jetzt hier auch mal ein Panzer zu bauen Damit wir auch mal ein bisschen Offensive haben Jetzt haben wir drei Schiffe hier Ist das Das ist ja zu viel des Guten Leute Das ist ja zu viel des Guten Wir haben doch hier schon Ein Schiff In Byblos auch Theben kann jetzt auch umswitchen Ist doch gar nicht mehr nötig hier Wahnsinn Okay Dann würde ich sagen Boah Marktplatz 4 Runden Große Kirche 10 Runden Die Musketiere zu verheizen Schlagt ihr seit einer Stunde vor Ja Ich bin auch nicht so Freund vom Verheizen Wir stationieren jetzt hier auch noch ein Schiff So Ist der Panzer nicht ein Ritter auf Ketten? Wie soll ich die verheizen? Das Problem ist Wenn da irgendwas anlandet Dann haben wir halt auch nicht so viel Dann will ich die lieber in der Defensive haben Verheizen kann man nur in der Offensive Wir sind aber nicht in der Offensive Ja Schaut mal Kein Thema Oh Produktion in Bremen Ja Das ist hier das Problem Mit den Schiffen Außerdem verdienen wir Nahrung Sehe ich gerade Das wird sich gleich klären Mit den Schiffen Wir werden nämlich Dieses Schiff jetzt In Travemünde Vor Anker legen Aber da liegt schon ein anderes Oder? Na clever Oder? Ich weiß gar nicht mehr So Memphis ist klar Dann ziehen wir jetzt Hier hoch Und jetzt können wir mal diese Siedleraktion auch mal machen Und zwar genau mit dem Siedler hier Das ist jetzt so eine Schutzaktion Wir beschützen jetzt den Siedler So Warte mal Der ist in Rostock Und soll nach Greifswald Genau Gott ist das Spiel kompliziert Und in Bremen Muss ich das verändern In Bremen Doch habe ich verändert Da habe ich auf Panzer gegangen Manchmal passe ich auch auf In Travemünde Wollen wir Jetzt können wir mal verheizen Zack Zack Angriff Ja Verheizen War doch der Plan Oder? Ich weiß nicht Ist mir jetzt zu heikel Ja Globale Erderwärmung ist schon gelb Mhm Ja ja Wir Unsere Produktions Aber ist egal Wir wollen einfach nur in den Weltraum Man kriegt 50% der Ressourcen Beim Auflösen von Einheiten So Okay Ist doch geil Ja gut Danke Teppik Äh Sehr schön Dann ist Verheizen ja gar keine so tolle Idee Wie stark bricht zusammen Haben wir jetzt eine andere Regierungsform Oder haben wir Anarchie Hm Revolution Aber wir können danach neu entscheiden, oder? Na toll Stimmt Ich hab das Ja Okay Auf Roste kamen wir nicht geachtet Hm Eieieiei So hier oben ist mal wie ein Schiffchen Wir wollen aber jetzt hier mitgehen Und bauen jetzt erstmal eine Straße Und bauen jetzt erstmal eine Straße Hier bauen machen wir die Pollution Irrigation Irrigation So weit so gut Langsam können wir hier auch gar nichts mehr machen Hervorragend Und Heimat Es So Mehr Bewässerung Mehr Bewässerung Was ihr alles wollt von mir Ist hier irgendwo eine Gefahr? Außer Härter oben Das Schiff ja Naja gut Da haben wir eine Stadtmauer So Ich hoffe Ach Gott Die Anarchie Was passiert denn jetzt? Ich muss nochmal wieder Demokratie auswählen Treib aus Perfekt Effekt Ah Es wird lustig Glaube ich Ja Vielleicht sollten wir wieder mal einen Siedler bauen Ich gebe zu Um die Pollution in den Griff zu bekommen Lande da ruhig an So In Rostock ist wieder Ordnung Und was haben wir jetzt für eine Staatsform? Wo sieht man das? Travemünder hat jetzt auch eine Fabrik Okay Haben wir unsere alte wieder? Ich hoffe ja sehr So Hier bauen wir jetzt mal einen Siedler Ah Gaza kann das Schiff nicht unterhalten Das ist das Problem So Okay Hier geht es jetzt nach Byblos In Byblos Aktivieren wir den HF Und wir bleiben hier noch stehen Und Shift D Sehr gut Vielleicht besiege ich die Feinde durch Erhöhten Meeresspiegel Ja Das wäre auch keine schlechte Idee Übrigens in Kiel haben wir noch keine Stadtmauer Sehe ich gerade Bauen wir die da? Ja bauen wir Gut Alles klar Dann ist ja in Ordnung Ansonsten haben wir glaube ich In den Küstenstädten überall Stadtmauern Verschmutzung Kommen wir klar mit Oh Hamburg Große Kirche Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Das heißt wir haben hier Naja wir haben hier sowieso nur Banker Aber wir Hier sinkt die Bevölkerung Aber eh die wirklich Warte mal Dann setzen wir lieber hier ein Da kriegen wir jetzt noch ein bisschen Nahrung Machen wir es mal lieber so So Dann Paläst, Kaserne, Gericht Uni, Kolosseum Bauen wir auch eine Fabrik Um noch ein bisschen was zur Verschmutzung beizutragen Oder noch ein Siedler Ein Siedler wäre doch hier perfekt Die können Die können eh nicht so viele unterhalten, ernähren Alexandria hat ein Aquädukt Prima Das sieht ja gut aus Stadtmauern Alles Bestens Dann Wird hier Große Kirche ist hier fast gar nicht nötig 19 Runden Fertig Panzer Unser erster Panzer ist fertig Danke an Bremen Für diesen Panzer Die Frage ist wo wir ihn stationieren An sich egal Weil wir ja überall jetzt Ganz gut dabei sind Oder? Ups was habe ich jetzt gemacht? Bringen wir ihn mal nach Theben würde ich sagen Da haben wir auch schon die Kanone Zentral Ja zentral Wir bauen zwei Panzer Wir bauen noch einen für Trier Wir lassen mal die Panzerproduktion an Den schicken wir nach Theben Theben ist für mich zentral HF So Langsam wird es hier richtig Richtig gemütlich Ich gucke mal ganz kurz Trier Wir wollten doch hier noch was bauen Ja schaut mal Hier unten können wir noch Irrigation machen Ach ne Wir müssen die Pollution erstmal wegkriegen Was ist mit dem Siedler? Ist der soweit? Ja der baut aber gleich eine Eisenbahn Hier haben wir die Eisenbahn schon Dann Oh jetzt wird es lustig In Byblos Müssen wir mal ein bisschen was machen Irrigation geht da aber nicht Das heißt wir müssen erstmal hier Den Sumpf weg machen Hier kommt noch eine Eisenbahn hin Und Du bleibst dort vor Ort Bewässerung östlich von Trier Auf Bahnfeldern Ja das Stimmt Das könnte man auch machen Ja guter Hinweis Ist aber eigentlich egal Da haben wir Naja Ich glaube ich mache sowieso eher die Pollution weg An der Mine Das scheint mir sogar noch effektiver zu sein Oh Wir kriegen wieder Besuch Unsere Kreuzer freuen sich Immerhin die Flottenverteidigung Die steht jetzt Das ist doch schon erfreulich So hier geht es erstmal nach Byblos Aktivieren HF Shift D Mache ich doch lieber Pollution als nächstes Ach verdammt Unser Kreuzer Ich habe auf Enter gedrückt Ich war so in Rage Haut ab Verdammt Egal Das nächste Mal Oh Jetzt verteilen die sich auch noch so dem Das war ja richtig mies Die nächste Verschmutzung Kommt Jetzt Jetzt darf ich es nicht vergessen Machen wir es mal gleich Aktivieren wir hier unseren Kreuzer Aktivieren wir hier Und dann können wir die anderen Sachen machen Ah Wie doof Wie doof Wie doof So Was ist jetzt am gefährlichsten Am gefährlichsten ist der Ritter würde ich sagen Eins Zwei Einheiten zerstört Weg 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 Yeah Strike So geht das So geht das So Hier sind wir erstmal durch Gibt es hier noch was Oh schaut mal Hier können wir eine Mine bauen Sehe ich gerade Sehr gut Ähm Weiter geht's Nein Nein Unser Schönes Schiff Wir müssen wieder ein neues Schiff bauen Nein Hm Und wir haben ja auch keine Kanone Wo ist die Kanone Die ist da oben So muss erstmal eine Runde warten Von Land ist nix Ich glaube das hat keinen Unterschied auf die Auf die Sache Vermute ich mal zumindest So Rostock Was baust du hier gerade Ein Panzer Ein Panzer ist natürlich auch geil Aber danach muss wieder Schiff Schiffchen gebaut werden Panzer ist auch gut Mit dem Panzer werden wir jetzt auftrumpfen Ja greift da nur an mit euren Rittern Haha Eine Stadtmauer Stadt Mit diesen geilen Verteidigungsanheiten So Travemünder Haben wir hier eine Kaserne Ne Haben wir nicht Wir haben Siedler gebaut Das ist okay Dann bauen wir als nächstes Ein Kraftwerk brauchen wir gar nicht Ja was brauchen wir denn noch Eine Bank ist immer gut Karawane Ach Damit fangen wir jetzt gar nicht erst an Damit fangen wir jetzt eigentlich an So endlich Wir wollen wieder demokratisch sein Leute Das hat ja aber echt gedauert Oh Was waren wir denn die ganze Zeit Ich verstehe das gar nicht Die ganze Zeit Anarchie Okay Wow Das ging ja echt lange Schade Das passt nicht So der Panzer ist da Ich lasse den Panzer einfach erstmal in Rostock Und dann werden wir aber hier nochmal Neun Kreuzer Uns gönnen müssen Und wir gehen ein weiter So Biblos ist jetzt durch Dann arbeiten wir uns mal langsam Nach Gaza vor würde ich sagen Wobei das dauert länger dort hin zu kommen Ich weiß gar nicht ob das so eine gute Idee ist Ne wir machen erstmal die anderen Wir machen eine kleine Rundreise Durch die Republik Sehr schön Theben HF Shift D Und hier geht es ja erstmal weiter Mit dem Ausbau und sowas alles Das ist ja hier ein Trauerspiel Was habe ich in Bremen übrig? Noch ein Panzer Äh ja Bremen baut noch ein Panzer für Trier Da haben wir drei Panzer und das reicht Damit kommen sollten wir klarkommen würde ich sagen In Hamburg Wird gefeiert Großartig Die Kanone Soll jetzt hier bleiben Ich habe keinen Bock die mir in Herrn her zu schicken Ja schicken wir jetzt hinterher hier Schicken wir Ne Einfach nur so aus Prinzip Und Das Ding war ursprünglich in Travemünde Ist jetzt nicht mehr da Ist auch egal Du wartest hier Du gehst hoch Der Panzer aus Bremen Das verändern wir jetzt hier Ähm Ich würde sagen Wir bauen in Bremen Auch nochmal einen Siedler Um jetzt hier gegen die Pollution anzugehen Und ansonsten kommt der Panzer Ja wo kommt der eigentlich hin Ich meine wo haben wir sonst noch Wir haben hier einen Panzer hingestellt Äh Büblas Wo haben wir Wir haben jetzt wenige Angriffe auf dieser Seite Weißt du was Wir schicken den nach Flensburg Wobei Flensburg ist wahrscheinlich produktionsmäßig Am schwächsten Dann ist es doof dort Dann bleibt der jetzt hier einfach mal in Alexandria HF Zack So Panzer ist geklärt Das haben wir geändert Siedler Hier Irrigation Hier ist alles wunderbar Dann würde ich sagen Werden wir hier auch noch den Sumpf wegmachen Panzer Nach Norden Gaza Ja Das machen wir erst wenn die Eisenbahn da ist Dann gibt es da nicht zu lange Unzufriedenheit Äh Ne Der Hoover Damm zählt Der Hoover Damm ist doch schon lange in Bau Leute Und der zählt glaube ich auch allgemein Der ist bald fertiggestellt Dann wird es erstmal abgehen Übrigens ich habe das Gefühl Dass unsere Dass unsere Forschung doch deutlich langsamer läuft Vielleicht sollten wir doch mal wieder Universitäten bauen Große Kirche in Theben Diese Stadt ist so Voll Unglaublich Unglaublich Ähm Ich meinte Marktplatz bringt ja auch was Ne Universität Wir bauen die mal wieder in Universität Hervorragend Verschmutzung Elf Millionen Das ist aber auch eine Freude Mal so richtig so hoch zu skalieren Hat man sonst in anderen Spielen nicht So richtig überlegen zu sein Schiff vor Greifswald So Hier neue Heimat Kann ich jetzt noch nicht machen Theben wollten wir damit ausstatten Wir gehen glaube ich ganz schön auf Nummer sicher Aber wenn dann wollen wir es auch safe haben Ich möchte ich freue mich auf den Moment H F Ich habe da nichts aktiviert Auf den Moment wo das hier alles geklärt ist Und wir uns so zurücklehnen können Und nur so Enter Enter drücken können Bis Bis Die Rakete in den Weltraum steigt Ne Mal Bremen baut Siedler So Weg kann hier kaum was Bremen 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 braucht jetzt auch mal eine große Kirche Das ist doch hier ein Trauerspiel Wir wollen Die Leute haben Memphis baut Fabrik Es wird immer besser Leute Es wird immer besser Die Produktion geht ab Die Produktion geht ab Hier würde ich aber sagen Hier würde ich aber sagen bauen wir auch eine große Kirche als nächstes Und wir haben den modernen Flugzeugbau Wow Damit können wir Bomber bauen Warum auch immer wir das wollen Dann geht es jetzt einfach mal so aus Prinzip an Computer Greifschold hat die große Kirche sehr gut Sehr gut Damit ist jetzt hier alles bestens und wir Was ist das denn? Das haben wir noch nicht Heimat zugewiesen Müssen wir dringend machen Und wir gehen jetzt hier Gericht Kraftwerk Das brauchen wir alles gar nicht Kolosseum Gericht Kasernen Tja Bomber elf Runden Kommt Weil wir eh nichts anderes machen können Bauen wir jetzt wie eine Bomber Haben wir hier überhaupt Kasernen? Ne Dann ist das doof Dann bauen wir erstmal Kasernen Und dann fällt uns schon ein Was wir noch machen wollen So Dieses Feld Sag mal Ist das eigentlich Das ist ja auch irrelevant Ne Das ist nicht irrelevant Wobei Da haben wir nur Sumpf Dann machen wir erstmal Pollution weg So aus Prinzip Hier ebenfalls Pollution weg Hier geht es so runter Um nochmal eine Eisenbahn zu bauen Hier Was ist hier los mit dem Siedler? Weiß ich nicht Greifswald Heimat Safe Okay So Memphis Memphis Hm Vor Flensburg sehen wir ein Schiff Vor Kiel ebenso Okay Ja Wir haben ihn Wow Leute Das pusht jetzt unsere Produktion Nochmal als unermessliche Schaut euch mal diese Produktionswerte an Unglaublich Jawohl Ich verliere Geld Okay Das ist natürlich nicht gut Ja Ja Dann Können wir mal Stadtmauer hinbauen Kaserne Oh ja Dringend nötig Wenn wir hier wieder Einheiten Durchziehen wollen Ich verliere Ich Ist glaube ich kein Problem Wenn wir ein bisschen Geld verlieren Ich will jetzt da nichts ändern Achso Verdammt Wir müssen in Hamburg noch kurz ändern Die Produktion Was wollen wir in Hamburg machen? Gericht Gehen wir hier auch auf Uni Okay Dann Müssen wir von hier Erstmal dieses Schiff uns schnappen Und ansonsten geht das rüber Sind wir eigentlich in Theben durch Mit dem Wechsel Nee Da ist tatsächlich noch einer Aber das ist eigentlich gar nicht nötig Das machen wir anders Den lösen einfach so auf Das heißt Jetzt ist Flensburg dran Können wir einfach quer durch Aktivierung HF Shift D Shift D Was wollten wir hier eigentlich mit? Kann Hamburg noch irgendwas haben? Nee Aber wir können hier drüben In Travemünde noch helfen Travemünde ist nämlich noch nicht Wirklich gut ausgebaut Unter Flensburg ist ein Schiff im Anmarsch Genau Da habt ihr Oh, wir haben das andere Schiff Das haben wir hier noch Das können wir jetzt mal zum Einsatz bringen Eigentlich soll das verschrottet werden Äh Das hat jetzt seine Pflicht und Schuldigkeit getan Wird nächste Runde verschrottet Frauenwahlrecht ist eingeführt Jawohl Hier war nix mehr Ach, Travemünde war gut ausgebaut Als es geplündert worden ist Panzerschiff nach Memphis Ja Können wir auch machen Trier baut erstmal Kasernen Weil wir irgendwann da andere geile Sachen bauen wollen Okay Wir haben im Moment jetzt gar nichts Sinnvolles zu bauen Dann ist es einfach super rational Wenn wir jetzt unsere Schützenersatzaktion Jetzt auch aus Trier noch unterstützen Rostock verbraucht Hat Hunger So, Flensburg hat jetzt auch Stadtmauern Sehr gut Das ist in Ordnung Flensburg Das schicken wir mal raus Ach komm, das entlassen wir da Was sollen wir da mit Das ist doch nicht nötig Bauen wir mal hier eine Bibliothek Und Ihr bleibt dort Zur Sicherheit Die kommen immer noch mit Legionären an Habt ihr das gesehen? Es ist echt süß So, das wird jetzt entlassen Und der wird auch entlassen Und Travemünde Können wir hier noch ein bisschen ausbauen Da eine Straße Und hier wollte ich eigentlich komplett zurückfahren Ich bin bald pleite Ich bin nicht bald pleite 235 ist doch kein Thema Nein Vergiss es Wo ist unser Panzer? Eiskappe spielst Schlimme Dürre Wo? Theben Ja, stimmt So, Greifswald hat auch Kasernen In Greifswald wollten wir doch einen Tarnkappenbomber bauen Oder sowas Aber hier wird auch Nahrung verloren Wir können das doch hier mal ein bisschen ändern Was ist denn hier los? Zwei Wir können auch aufs Wasser gehen Das ist auch nur eins Na gut Hier müssen wir wohl ein bisschen Irrigation machen So wie es aussieht Wir bauen jetzt hier Einen Bomber Ups Bomber bitte Und jetzt wollen wir den Panzer im Einsatz sehen Aber erstmal diese Aktion Und den benötigen wir jetzt hier in Alexandria Genau Oder sind auch drei So, da können wir sogar zwei Entlassen H F D Ja Wir müssen mal Wo kommt der Panzer, Leute? Ich mach mal sicherheitshalber Befestigung So ist schon mal gut Da kommt der Panzer Jawoll Sehr schön Und jetzt fährt er noch zurück Sehr geil So habe ich mir das vorgestellt Wenn die Panzer jetzt gegen die Region Reiter sterben Lache ich mich schlapp Ja, ist nicht Ist nicht passiert Das ist zum Glück Nicht passiert Können wir das auch hier raus aktivieren? Ne, können wir nicht Ach ne, wir wollten das zerstören Die Kanonen können weg Das stimmt, ja Das stimmt Die Kanonen sind nicht mehr nötig Guter Hinweis Machen wir das mal Stück für Stück Wenn man Uh, da fehlt uns Uh, da fehlt uns eine Einheit Sehe ich gerade Rostock muss auch mal langsam wieder produzieren Keine Ahnung, wo wir noch die Kanonen haben Wir werden ihnen nochmal begegnen Hunger immer noch in Rostock Ja, stimmt Können wir da was machen? Wir brauchen den Elvis Ne, jetzt haben wir keinen Hunger mehr Alles gut Rostock baut noch Kreuze Uh, ja Das stimmt Das ist eigentlich nicht nötig Wir haben jetzt wieder Hier haben wir einen Und der andere ist da Den wollte ich aktivieren Das heißt, wir ändern das mal Und bauen Tja, Schützen Ne, ist Verschwendung Wir bauen noch einen Panzer Ja Oder meine große Kirche Mal zur Abwechslung Genau Fino hat den gleichen Gedanken gehabt Dann haben wir in Rostock nicht mehr das Problem Oh ja Eisenbahn bei Rostock Das sollten wir machen Das stimmt So, sind wir übrigens hier gut im Zeitplan 22,54 Ja Travemünde baut Bank Das gibt uns Geld Alles Bestens Travemünde bräuchte eigentlich für sich selbst Wir haben noch keine Kaserne hier, ne Zwei Runden Bau mal eine Kaserne Wir bauen jetzt überall Damit wir einfach überall schlagkräftig sind So Du sollst da rein Stationiert werden Und hier Eisenbahn Hier Trier Okay Wie es aussieht So wie hier durch Würde ich mal sagen Das heißt Wir können uns Zum Beispiel Jetzt Kiel nochmal widmen Und da noch was tun Und jetzt helfen wir von hier aus Rostock mal ein bisschen Ja Da ist zwar keine Irrigation Egal Fange ich da mal trotzdem an Hier bauen wir auch weiter Und der wird entlassen Raketenstart geht ziemlich schnell Wenn alle Städte viel Produktionskraft haben Ja das hoffe ich auch Ja das hoffe ich auch HS Genau Den kannst du schon wieder mal rausnehmen Ende der Runde Eisenbahn in den Berg Ja aber jetzt hat erstmal Nahrung Vorrang würde ich sagen Du wartest mal Der Siedler geht hier hin Und hier Und hier wollten wir noch Hier bauen wir immer noch weiter Alexandria hat immer noch nicht alles Das ist gut Dann bauen wir das zumindest nicht umsonst HF Entlassen Entlassen Hier hin zum Schutz Geldverlust 6 Gold Ja Hm Ich will aber nicht die Forschung reduzieren Ehrlich gesagt Ja ja klar Das sind die vielen Gebäude Wir müssen vielleicht mal irgendwo mal wieder Banken und Marktplätze bauen Ah die nächsten Ritter versuchen wir es gegen uns Also bei 100 lenke ich ein Vorher nicht Ja wir haben die Uni Sehr gut Sehr gut Theben Hier ist noch eine Kanone Die können wir noch auflösen Karawanen bringen auch viel Geld Ja international können wir sie nicht einsetzen Aber zum Beispiel hier Marktplatz in Theben Und dann können wir Das ist Das hilft uns auch schon ein bisschen Da ist eine Stadt Vielleicht ist da eine Stadt Bremen hat jetzt auch die große Kirche Bremen ist also kein Problem mehr Was Zufriedenheit betrifft Das ist doch mal schön Das nächste was wir hier haben wollen Ist eine Bank Haben wir doch gerade gesagt Wir brauchen Banken Wir können ja mal mit einem Panzer hinfahren Und mal gucken So Travemünder hat jetzt auch eine Kaserne Warum eigentlich Achso weil wir hier selber Jetzt Schützen bauen wollten Glaube ja Computer ist entdeckt Ob es noch so viel Luxussteuer braucht Das ist eine gute Frage Seti-Programm Ist das Seti Was ist die Voraussetzung Um in den Weltraum zu fliegen War das Seti Oder war das noch was anderes Massenproduktion Apollo-Programm war das Ja 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 Apollo Genau Raketenbau Ist das nächste was wir haben wollen Wie wäre es mit Rittern Ja So wir machen weiter Würde ich sagen Mit Hamburg Irgendwie haben wir jetzt häufig Haben wir weniger Verschmutzung Habe ich das Gefühl Da sind wir schon am Bauen Das heißt hier können wir jetzt Die Stadt verlassen Dann helfen wir jetzt mal da Indem wir da auch eine Straße bauen Das werden wir auch entlassen Und jetzt gucke ich mal Was haben die Panzer eigentlich Für eine Angriffsstärke Für eine Verteidigungsstärke Die haben Wo sieht man das eigentlich Sehe ich das hier irgendwo Muss ich nachgucken 10,5 Ja damit kann man schon mal losgehen SETI ist 50% Wissenschaft In allen Städten Ne Forschungsprodukte Ah ja ja Alles klar Ja ja gut Ist vielleicht auch nicht schlecht Ein Schiff vor Travemünde Aber ich glaube sie haben Sie trauen sich nicht mehr Große Kirche in Rostock Sehr gut Also das heißt wir können hier Oh wir können hier mal Irrigation machen Hier können wir hin Sehr schön Jetzt wächst Rostock wieder Alles gut Okay Dann würde ich sagen Bauen wir auch mal einen Rostock Marktplatz Einfach um ein bisschen Da klar zu kommen Kiel hat jetzt die Stadt Auch gut Hier können wir den Elvis schon lange rausnehmen Aber Nee geht gar nicht oder? Hä? Irgendwas funktioniert hier gerade nicht Ich weiß nicht was Und warum Kommunismus für UN Frieden mit allen Uh das ist Das ist eine gute Sache Achso die haben gar kein Elvis Ah ja 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 Alles klar Entschuldigt Ja das ist gut Kommunismus Ach ja Das Okay Das ist ja ein guter Hinweis Das brauchen wir wirklich Dann machen wir hier Große Kirche Sehr schön So Hamburg Haben wir ja noch glaube ich was Oh wenn das erstmal durch ist Dann wird es gemütlich Leute Dann machen wir uns das richtig gemütlich HF Ähm Oryx Alexandria brauchen wir glaube ich nicht Bremen Ja Bremen brauchen wir HF Entlassen I Entlassen Und Zack Zack Weiter Ich muss sagen Dieses Gefühl der super geilen Technologischen Überlegenheit Das hat man in den neuen Teilen Nicht mehr Ist schon irgendwie Ganz nett Entrier das CT Programm Bauen Wir brauchen kein CT Ich glaube nicht Also wir haben jetzt kein Ich glaube nicht dass wir ein Forschungsproblem Eigentlich jetzt haben Ähm Wobei Wartet mal Würden wir die Raketen Forschung schon haben Könnten wir die Raketen ja auch schon Bauen Was bauen wir gerade in Trier Tja Jetzt bauen wir hier den Marktplatz Ja Okay ich gebe zu Wir werden das mal ändern Wir bauen in Rostock wieder unsere Schützen Und Ähm Achso wir haben ja noch gar kein Doch seht die 14 Runden Ja Doch Ihr habt recht Das ist gut Ja 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 Technologische Überlegenheit geht leicht wenn man die Schwierigkeit runterdreht Teppik Ja okay Äh bei den aktuelleren ja das stimmt Aber das ist ja hier die zweithöchste Äh das sieht man da weniger ja Achso ja die Schiffe die hatte ich ja ganz vergessen Travemünde aber die trauen sich ja nicht Travemünde ich musste an Travemünde denken Memphis baut die große Kirche und ihr habt recht ich glaube wir können langsam die Luxusrate vielleicht runterstellen Hier sind nämlich Elvis zum Beispiel noch am Start So Travemünde Was macht Travemünde denn jetzt Eine Bank würde ich sagen Ich stelle die Schiffe auf S Yeah In Gaza Tag des Präsidenten Memphis braucht Nahrung Ja Byblos hat jetzt auch seine Kirche Sehr gut Sehr sehr gut Ja Dann wollen wir in Byblos Die Bank ebenfalls haben Oh Flensburg braucht ein Aquädukt Ernsthaft Ist Flensburg schon so weit Was baut denn Flensburg Die Bibliothek Oh wisst ihr was Dann ändern wir das mal Travemünde Schiff Ja jetzt ist es sogar von selbst aktiviert Nee war es nicht Egal Schiff Jetzt ist es aktiviert Du befestigst dich aber Du machst Errigate Äh Straße Und Wir machen Hier Irrigation Und wir schicken das Schiff raus Fünf Einheiten zerstört Wie gut Drei Einheiten Ja das war es erstmal wieder Frieden für die nächsten Jahre Großartig Und hier ist die Bahnlinie auch bald fertig Wo ist hier eine Stadt? Leute hier ist keine Stadt Fehlerlarm Rostock Nimmt das für sich selbst Erstmal Hier Eisenbahn Kommunismus ist aber wirklich das nächste Was? Piraten plündern Hamburg Was? Weil wir da keine Kasernen haben Ach das ist so ein Zufallsevent Hm Das gibt es ja So Hier brauchen wir glaube ich noch was in Bremen HF Und hier brauchen wir Irgendwo Hatten wir doch einen weniger Kann ich mich erinnern War es Travemünde Hm Ja aber das hat sich schon geklärt Dann Schicken wir den mal Hallo Schicken wir den mal nach Greifswald Hier wird nichts neu gegründet Ja das stimmt Jetzt sind Neugründungen zu spät Kasernen zum Schutz Ja was machen wir gerade Eine Uni Hm Ja Hm Ja Ist uns jetzt mal eine Lehre Und wir bauen von mir aus noch Kasernen Wenn die Bevölkerung das will Kaufen Ne bei 133 Oh Flensburg ein Schiff Müssen wir aufpassen Was wir dran denken Hamburg hat keine Nahrung Ja Ist halt mal so Super Theben In Theben Schaut euch das mal an Das ist unfassbar Unfassbar So Dann bauen wir jetzt Äh Gericht Warum wir nicht Seht die Programme Warum wir nicht Ähm Keine Schützen mehr bauen Na doch Für die Verteidigung schon Aber Ich weiß gar nicht Was wir jetzt hier noch Bauten sollen Wir brauchen hier nichts mehr Karawanen jetzt nur noch Oder so Palastgericht Tja Karawanen Oder noch weitere Siedler Bomber hier bauen Jede ordentliche Demokratie braucht Flugzeugträger Palast versetzt die Hauptstadt Das wollen wir nicht Gericht brauchen wir nicht Weil wir keine Korruption haben Ähm Ein schönes Schlachtschiff Ja komm Okay Wir machen mal ein Prestige Schlachtschiff Ich bin dabei Ein bisschen Spaß Müssen wir uns heute auch gönnen Und den lassen wir jetzt Mal da glaube ich Gut Greifswald sind wir Durch Travemünde Können wir ändern Das ist jetzt Relevant geworden Das kann übrigens auch weg In Travemünde Machen wir Gar nichts mehr Sondern Ab jetzt dann halt Karawanen Karawanen hin zum Zum Wunder oder so Äh Schiff Stimmt Irgendwas war mit Schiff Ihr wolltet Solltet mich ändern Ähm Wir brauchen jetzt hier Gar keine Schützen mehr Wir sind durch Was hab ich jetzt gemacht Ich hab irgendwas gemacht Ich hab irgendwas weggeklickt Was hatten wir hier gebaut Leute Irgendwas haben wir hier Geiles gebaut Aber ich weiß nicht mehr was Was waren das Was haben wir hier gebaut Äh Ein Bomber Ernsthaft Okay Stimmt Ein Bomber Äh wir sind durch Nicht mit den Schützen Außer in Kiel Glaub ich Ja In Kiel ist der letzte Das heißt Wir können Rostock ändern Rostock baut jetzt Marktplatz Und das geht nach Kiel Leute wir sind langsam Bei der Maximalverteidigung angekommen Perfekt HF Entlassen Travemünde So Entlassen Oh wunderbar So wo war ein Schiff nochmal Hm Rosa Schiff im Westen Da unten Genau ich erinnere mich Danke Ein Segelschulschiff Oh Ritter Ritter vor der Tür Oh Gut dass wir mehrere Panzer haben Ne wir wollen ja nicht Kommunismus einführen Wir wollen nur Die mit dem Kommunismus Einhergehenden UN Versammlung haben Als Weltwunder Antike Kanone in Flensburg Ernsthaft Ja die kann auch weg Wir sind in Bremen In Bremen Bauen wir Noch Ein Eine Bibliothek Die setzen Die verheizen wir jetzt Die Kanone In Flensburg Oh Gaza hat die große Kirche Ebenfalls gebaut Ich bin Wow Hier ist noch alte Technik Hier ist noch alte Technik Dann bauen wir als nächstes Hier Tja Tja Leute Was machen wir denn jetzt Setzen wir den Panzer hier ein Ach ist mir zu publisch Wir warten erstmal Noch eine Runde Karawanen auf Halde bauen Oh das ist natürlich auch eine Idee Mein Gold sinkt immer noch Ja wir sind noch nicht bei 100 Das war die Grenze So wir machen mal hier Pollution weg Und du kannst jetzt bitte auch Aufhören Ich glaube wir sind nämlich jetzt Komplett durch hier Das ändern wir jetzt In Bank Oder ne In große Kirche als erstes Die kann nach Gaza Genau das war ja auch mein Plan Haben wir auch schon schöne Eisenbahn hin HF Und dann Zack 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 So der Bomber ist da Wir lassen ihn dort stationiert Und wir müssen irgendwo Neues Bötchen kaufen Oder bauen Aber erstmal kommt die Kanone zum Einsatz Nein vergiss es haut ab Angriff Ja Alles klar Hat geklappt Ähm Dann kommt jetzt Wo habe ich den Panzer Habe ich den hier Verdammt Aber wir hatten nur noch irgendwo Einen zweiten Panzer oder Wo hatten wir Wir hatten Hier haben wir noch einen Panzer Nein Da war keine Straße Oh mein Gott Der Panzer Nein Was tue ich Was tue ich Ähm Ja Hm Äh Na gut Ich denke mal nicht Dass der Panzer sterben wird Das wäre jetzt ein bisschen Ärgerlich Ein kleiner Rückschlag Wäre das Welch eine Irrfahrt Ja Durch den Sumpf Äh Bremen Du darfst keine Bibliothek bauen Du musst Einen Weiteren Kreuzer bauen Der ist uns leider Verlustig gegangen Sprit mal Ja genau Mal gucken Was der da macht Wir lassen die da erstmal kommen Wir fahren nicht in die Wüste raus Wir haben den Raketenbau Sehr cool Kernwaffeneinheit wäre jetzt möglich Und Raumfahrt ist der Beginn dann Des Apollo Programms Ist die Frage Ob wir damit tatsächlich Als nächstes starten Dann können wir damit Schon mal anfangen Äh Massenproduktion Ja Wofür ist das Achso Kommunismus wollten wir doch haben Ist Massenproduktion Dann Richtung Kommunismus Oder wie war das Äh Das gibt nochmal 50% auf Fabriken Wie kamen wir jetzt Zu diesem Kommunismus Ding Warum wird uns das Jetzt hier nicht angezeigt Das war doch vorhin Irgendwie Auswahl Was hab ich da verpasst Egal Massenproduktion ist gut 12 Millionen So der Siedler ist durch Aber wir müssen ein bisschen Aufpassen Hier den schicken wir erstmal Kurz da rein Solange die Situation Da unten nicht geklärt ist Der will sich befestigen Aber da hat er nicht Mit unserem Panzer gerechnet So zack HF Und hier Wird weitergebaut Hier wird weitergebaut Was Was haben wir denn hier Wir machen mal oben Die Pollution weg So Gut Dann helfen wir Rostock Noch hier Ja Passt auf Wir machen folgendes Ja Wisst ihr was Wir ändern mal Das Prestigeprojekt In einen weiteren Panzer Das sind die Die wunderbaren Siv Momente Aber schaut mal Die Festung steht Gott sei Dank Oh Da war eben irgendwo Ein Schiff Müssen wir aufpassen Und da kommen sie noch Mit den Legionären an Und das nächste Schiff Jetzt wird es ja Richtig fett Und zwar ein gutes Also ein besseres Schiff Das könnte schon Richtig knapp werden Für unseren Kreuzer Jetzt bräuchten wir Tatsächlich das Schlachtschiff So Alexandria hat jetzt Auch Fabrik Sehr gut Dann Gucken wir mal Kasern Gericht Große Kirche Wäre hier ganz gut Dann Haben wir das Problem Da auch gelöst Ein weiteres Verschmutz Rostock hat Irgendwann müssen wir Doch mal hier Unser Geld bekommen So Rostock Wächst jetzt Richtig Richtig fett Krass Was jetzt hier abgeht Dass wir das nochmal erleben Müssen wir fast schon Ein Aqueduct bauen Aber nein Wir bauen erstmal Eine Bank In Rostock Travemünde baut die Karawane So Hier Weiß ich auch Nicht weiter Genau Ja wir bauen jetzt Weitere Karawanen Und schicken Ich bin auch so ein Depp Nochmal Wir spammen jetzt hier Karawanen Und schicken die nach Themen Ja genau Das ist der Plan So und der Siedler Der wird jetzt beginnen Erstmals hier das Umland Zu erschließen Großartig oder Oh was ist denn los Mit unserer Flotte Das kann doch nicht wahr sein Ja gut Ich meinte Das war jetzt auch nicht So ganz eindeutig Bauhilfe für Wunder Das gebe ich zu Wir brauchen Jetzt Schiffe Wo hatte ich eben Irgendwas in Auftrag gegeben Theben Bauten Panzer Flensburg Baut ein Aqueduct Das ist okay Bremen Baut schon ein Schiff Memphis Baut die Bank Das lassen wir mal Da können wir kein Schiff bauen Ja wo ist denn hier Wo ist denn unser Panzer Jetzt gerade eigentlich Wo ist der Haben wir den zurückgeschickt Steht der hier oben Da steht noch die Kanone In Bremen war bereits ein Schiff Ja genau Achso der Panzer ist ja tot gegangen Aber wir hatten noch Einen zweiten Panzer Hier ist der Naja Der Panzer wurde geschlagen Aber Es gibt noch ein Panzer So Kurz mal ganz kurz gucken Sieht hier noch jemand durch Was hier noch zu bebauen ist Ja Ich würde mal sagen Wir bauen hier erstmal Weiter Jetzt kommt unser Panzer Jetzt kommt die Rache So Der bleibt aber Der bleibt da erstmal stehen Bis zur nächsten Runde Hier noch eine Irrigation So Jetzt haben wir hier gar keine Schiffe mehr am Start Ernsthaft Theben hat keine Schiffe Biblos hat keine Schiffe Wir sind schifflos ey Das ist echt ein Trauerspiel Die deutsche Hochseeflotte wurde vernichtet Bomber holen Ja Bomber ist natürlich auch gut Ähm Wie geht denn das mit dem Bomber? Acht Züge Aber das ist glaube ich nur Der muss immer am Ende des Zuges in der Stadt enden Okay Achso Bremen hat noch ein Schiff Ich dachte nur Bremen Ah Okay Dann schicken wir das mal raus Nee Bomber dürfen ein Zug in der Luft stehen Ah Okay Alles klar Gut Danke So Die größten Zivilisationen der Welt Sind natürlich wir Ganz klar Ich weiß bloß nicht Ob ich das nochmal mache Weil Das ist glaube ich 6 Boah Die haben Hamburg direkt angegriffen Verlieren wir immer noch Geld? Memphis ist glücklich Das Schlachtschiff haben wir abgebrochen Zugunsten eines Panzers Weil wir den oben verloren haben So Memphis Memphis bräuchte eigentlich auch nochmal einen Siedler Aber Universität ist noch wichtiger Ach Dieser Rechtsklick Nochmal Angriffe beenden den Zug eines Bombers Okay Oh ja Das ist natürlich gefährlich Brauchen wir den Panzer dort oben? Nein Der bleibt jetzt einfach Hier So Hier Irrigation Und Ja Wir fahren mal hier kurz vorbei Und dann grüßen wir da oben Kommen aber nicht ganz hin Hier Erstmals Irrigation in der Wüste Und hier Warten wir einfach Bleiben stehen Und gucken Was können wir denn hier noch tun? Ah Einiges Zum Beispiel Hier auch noch eine Irrigation So Warum steht eigentlich dieser hier Wartet mal So Den werden wir dort zum Schutz hinstellen Und wir Machen hier unten weiter Panzer zuweisen Habe ich das nicht gemacht Tatsächlich Guter Hinweis Naja Geht auch erst nächste Runde Oder was? Ich weiß nicht Wissenschaftlich Durch Steigende Temperatur Beein Wissenschaftler Durchsteigende Temperatur Beunruhigt Schon wieder Der nächste Oh Alles klar Jetzt wird es langsam ernst Mit unserem Geld Haha Okay Panzer greift an Befestigen Ne Den können wir eigentlich In den Wachmodus schicken Das nächste Mal Egal So Wir brauchen jetzt wirklich Geld Jetzt brauchen wir wirklich Geld Pollution Machen wir unten auch weg Pollution Bremen hat ein neues Schiff Aufgebaut Das schicken wir nach Flensburg Das kommt oben nach Byblos Und hier machen wir Irrigation Und Das wird jetzt in Alexandria Erstmal Zwischen geparkt So Jetzt machen wir die Steuerrate Erhöhen wir jetzt Auf 40% Dafür senken wir die Luxusrate Auf 20% In der Hoffnung Dass uns das jetzt nicht alles kaputt haut Wollen wir mal checken Hier alles gut Ich glaube das Ah schaut mal Hier haben wir noch keine Kirche Die muss hier noch erst gebaut werden Da müssen wir also was tun Gut dass wir gecheckt haben Theben Hat Theben hat drei Elvis Ernsthaft Warum das denn Dann nehmt doch lieber einen Banker Ja Hier ist auch was nötig Das ist gut Schade die Zeiten waren schön Als man sich darum nicht mehr kümmern musste Bremen Alles gut Die großen Kirchen sind halt wirklich wichtig Kiel Braucht auch was Wenn ich das richtig Ne Kiel gerade so nicht Trier Alles gut Hamburg Alles gut Travemünde Alles gut Rostock ist gut Und Greifswald ist gut Bremen baut Schiffe Ja Tatsächlich will ich auch noch ein Drittes Schiff haben Wir haben ja jetzt nur noch zwei Ich will drei Theben ist der Hammer Ja Das stimmt allerdings Theben ist echt der Hammer Ähm Sagt mal Wir haben doch jetzt wieder zwei Panzer oder? Ja Wir brauchen in Theben kein Panzer mehr bauen Wir gehen zurück auf unser Prestigeprojekt Des Schlachtschiffes Äh? Es müsste doch aber jetzt ansteigen Ernsthaft Erzähl mir doch nichts So Karawane Bleibt so Pollution Er steigt auch an Und zwar richtig deutlich Wir haben jetzt 312 Zu 227 Das ist richtig fett Leute Und ich würde sagen Der geht jetzt mal Hier hin Und da bleibt er dann Du gehst Wieder nach Flensburg Neue Heimat Und hier unterstützen wir Das Weltwunder Okay Und dann braucht Kiel noch irgendwas hier Ich glaube Kiel ist auch durch Dann können wir mit Trier Da noch ein bisschen was machen Damit die noch weiter wachsen können Sehr schön Wollen wir nach Gaza Mal Geheimaktionen machen? Könnte man auch mal machen Ja Die Städte Bomben von Gaza aus Oh Das ist ja eine gemeine Idee Äh gut Finde ich gut Wie weit sind wir jetzt eigentlich Hier in Trier Mit dem Weltwunder? Ah Das CT-Programm Wird bald laufen Denke ich Sehr schön Kiel ist ausgebaut Was soll das bedeuten? Achso Kiel ist ausgebaut Ja Eine neue Landung Mal sehen Ob das Schiff damit klarkommt Okay Hier haben wir auch eine große Kirche Das ist sehr hilfreich Das heißt Wir können die Elbisse Hier weg machen Ja Oryx Dann Kommt hier auch eine Bank Wobei eigentlich Das hier jetzt Gar kein Problem mehr ist Oder? Hamburg hat jetzt Die Sicherheitskaserben Hamburg hat eine ganz Üble Produktion Wahnsinn Mal was anderes Bombe aus Gaza Ja So Da kommt Die nächste Bank Boah Rostock hat aber auch Eine geile Produktion Herrlich Wir machen Als nächstes Die Uni Hier Oh Das hatten wir lange Nicht mehr In Kiel Geht's ab Das sollte aber reichen Die große Kirche Ist da auch Bald fertig 13 Millionen Leute 13 Millionen Und Heimat War hier irgendwas In der Nähe Aufgetaucht Ein Banker Thäben In Wissenschaftler Ja Das habe ich Vorhin auch gedacht Das ist ja jetzt Gar kein Thema mehr Wir gehen mal komplett Hier auf Wissenschaft Guter Hinweis H S Okay Da war der Plan Den nach Gaza Zu bringen Wie sieht es eigentlich Jetzt in Gaza aus Mit Produktion 3 Ja Aber ich finde das gut Wenn das so nah Bei ist Achso Warum fahre ich eigentlich An den Bargleis Das ist auch lustig So Da oben war doch Irgendwas los Travemünde Ja Ja Das mit den Bomben Das habe ich schon Im Blick Mit der Da haben wir ein bisschen Glück gehabt Weil die Schiffe Sind schon besser Was Der Panzer In Biblis Was Wo war Biblos Ach ja Der ist auch noch Hier zugeordnet Gut Stimmt H Und S Mach ich aber mal hier Wird Zeit Für Schlachtschiffe Ja Ja wenn ich die Legionäre Da sehe Natürlich nur zur Verteidigung Ja Trier baut Seht Oh ja Sehr schön Jetzt haben wir es Jetzt haben wir es So Jetzt müssten wir Eigentlich Mal demnächst Achso Apollo Ist ja noch gar nicht Möglich Leute Jetzt hängen wir Tatsächlich in der Forschung hinterher Merkt ihr das Was können wir denn Jetzt hier tun Sinnvolles Wir können Karawanen Auf Halde Bauen Oder Ne Wir bauen Einmal so aus Prestigegründen Noch eine Stadtmauer Und dann bauen wir Karawanen Ah Da haben wir schon Die Massenproduktion Bringt das irgendwie Ein Ein Weltwunder Äh Massentransit Stadtausbau Ich glaube das Verringert die Verschmutzung U-Boote Sind auch cool Glaube ich So Jetzt wird es Interessant Kommunismus Bringt diesen Frieden Wollen wir das Oder wollen wir Jetzt auf Ach das geht doch Jetzt alles ganz schnell Oder Äh U-Boote sind Ziv 1 So lala Brauchen wir nicht Ich will diese UN Vollversammlung Haben Das finde ich gut Das machen wir Jetzt mal Das muss erstmal Hier kurz Zwischenstationiert Werden HS So Kommunismus Dann Recycling Ähm Das heißt wir brauchen Hier doch keine Stadtmauern machen Sondern gehen auf Massentransit Achso Massentransit bringt Einfach nur Wartet mal Kurz das Mal kurz mal angucken Verringert die von der Stadtbevölkerung Erzeugte Verschmutzung Ja das ist auch gut Das sollten wir Standardmäßig machen Wo wir nichts zu tun haben Mhm Oh Der kommt näher Aufpassen Da auch Na das hat aber lange Gedauert oder Äh Was machen wir Komm Ich mache jetzt hier Autobahnbau Ich möchte jetzt Die Schicks Straßen haben Greifen die schon Direkt mit den Schiffen da an Travemünde Weiter Ja was machen wir Achso wartet Hier können wir ja auch Massentransit jetzt machen Auch gut Acht Runden So Und jetzt kommt Unser Angriff Auf Zimbabwe Halt Nein Scheiße Wir müssen eigentlich Heimatort noch machen Wie geht denn das jetzt Ich habe keine Ahnung Wie das geht Ich mache das einfach mal Jo Geht gut Okay Bomben wir die einfach weg Diese Asymmetrie Monk Keine Symmetrie Es gibt auch keine Ritter Genau Immer zurückfliegen Ja das habe ich In Erinnerung Ja Danke für den Hinweis So Wir machen jetzt hier weiter Ne Pollution wollte ich eigentlich Egal So wo stationieren wir jetzt Da kommt ja nachher Das Schlachtschiff hin Dann würde ich sagen Heimat Bremen Ist in Ordnung Bremen orientiert sich Bautechnisch um Indem wir Jetzt hier endlich Die Bibliothek bauen Und indem wir das hier Stationieren Sind wir hier durch Okay Raus da War hier irgendwie was Oder war vorhin Irgendwie was Ich weiß es nicht mehr Wir gehen wieder zurück Ja was mache ich jetzt Mit der Karawane Die brauchen wir im Moment Gar nicht Ne Die wird dort erstmal Auf Falteposition Gestellt Brauchen wir später Vielleicht noch Ach Verdammt Jetzt Okay Da haben wir weiter Bomber gebaut Das war gar nicht Geplant Egal Bomber kann man nie genug haben Dann bauen wir jetzt hier Auch Massentransit Und schicken den Bomber Ja Handel Ach Handel wird überschätzt Wir schicken den Warte mal Wo haben wir noch Gegner in der Nähe Können wir nach Jakutsk fliegen Von Travemünde aus Wir könnten es mal Probieren Finde ich Stationieren wir das Ding Mal in Travemünde Greifswald hat keine Verschmutzung Ja aber wird kommen Wird kommen Äh Kommt ja durch die Einwohner auch Und elf ist schon groß Der kann nur acht Felder Okay So Alexandre Endlich das Problem Hier auch gelöst Sehr schön Dann machen wir Dann machen wir Hier Eine Uni Als nächstes Ja genau Das war mein Plan Dass wir dort aufklären So wir müssen zurück Das war der Plan Okay Dann gehen wir erstmal hier die Pollution an Ebenso hier Ebenso hier Wir werden der Sache hier langsam her Merkt ihr das? Großartig oder? So ich mache jetzt einmal hier Heimat Und dann fliegen wir los Eins Zwei Na gut Ich fliege mal stupide gerade aus Okay da ist nix Alles klar Dann müssen wir wieder zurückfliegen Ja Flensburg wäre gut Das stimmt Das wäre vielleicht der nächste Standort Treibhauseffekt Irgendwo entsteht hier denn die Wüste Das interessiert uns doch nicht Wir haben Hochtechnologie Da können wir mit umgehen Kein Thema So Bank Gute Nacht Ey halb zwölf Ja aber ich habe das Gefühl In der nächsten Stunde Sind wir auf Alpha Centauri gelandet Oder? Ja das stimmt Diagonal fliegen Hast recht Wie bei den Schiffen So Bank ist gebaut Und wir bauen dann hier Auch nochmal eine Uni Um die Forschung jetzt hochzubringen Und Beginnen hier Damit Das ist Präventiv Schlag heißt das So Was haben wir für eine Bilanz 319 241 Ja da können wir nicht runtergehen Das ist in Ordnung Das ist wie die Italiener in Äthiopien Jetzt So ungefähr Ja Ja gut Dass wir unsere Ach Wir sind jetzt wirklich Uns Ach herrlich Massentransit Sehr schön In Trier So Dann Geht's weiter Mit Karawanen Auf Halde bauen Den Schützen Braucht es nicht mehr Ja Mal gucken Ah ne Wir wollten Stadtmauern Hier noch so Als Prestigeobjekt Uni Sehr gut So Uh Wir haben Kommunismus Wunderbar Und das bedeutet Wir können die Vereinten Nationen bauen Sehr 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 schön Kapellis Michelangelo Hat kein Effekt mehr Davon hatten wir doch profitiert Haut uns das zurück Ich hoffe nicht So Recycling wurde vorgeschlagen Ich habe hier keine Peilung mehr Eigentlich was jetzt noch nötig ist Dazu müsste ich hier mal raus tappen Ähm Eigentor Naja Wenn wir jetzt Frieden haben Hilft uns das auch Raumfahrt Dann könnten wir das Weltwunder starten Das ist auch was Ja Halbiert nur den Effekt Der großen Kirchen Ach so Hm Okay Alles klar Ja Das kann natürlich Wieder ein bisschen reinhauen Rostock Wir müssen vielleicht Die Städte mal wieder checken Rostock baut Jetzt Äh Massentransit Ebenfalls Und Naja Der ist schon noch wichtig Der muss nämlich Den hier beschützen Das ist sein Job Müssen wir halt bloß nachziehen Ne Und Den bringen wir jetzt Hier runter Und Das Schlachtschiff Ist da Leute Das Schlachtschiff Das lege ich aber hier Einfach vor Anker Jetzt Können wir im Übrigen Mal gucken Welche Stadt Eigentlich Die meiste Produktion Hat Das wäre eigentlich Mal interessant Und das ist doch Mit Abstand Trier Ganz interessant Da werden wir die Weltwunder Also weiter bauen Dann Werden wir jetzt auch hier Massentransit bauen Und Hier das Schiff Stationieren Und jetzt Kommt in Trier Doch nicht die Stadt Mauern Sondern die Vereinten Nationen In 14 Runden Und wir können hier auch noch die Karawane Aktivieren Die wir hier Gleich dafür verwenden können Und dann haben wir Frieden Leute Auch sie hat auch 41 Ja aber Nicht 49 48 48 Trier So Jetzt müssen wir leider mal durch die Städte checken Ob wir irgendwo Unzufriedenheiten haben Durch das Durch den verlorenen Effekt Aber das sieht im Moment gut aus Würde ich sagen Theben Selbst in Theben ist das kein Problem Flensburg Alles in Ordnung Alexandria Alles in Ordnung Ja Schaut mal Das ist überhaupt kein Ding Das kompensieren wir doch locker Kiel Alles gut Rostock Travemünde Greifswald Ja Achso F4 Ja okay Alles klar Braucht Flens Den Elvis noch Muss ich mir mal merken Ja Braucht er So Der ewige Frieden Ist zum Greifen nah Ja das wird eine Entlastung Leute Das wird eine Entlastung Ja Ja diesen Kram haben wir dann nicht mehr An den Hacken Äh Upgraden Ne Schmidi Ich sehe Leider deinen Richtigen Namen nicht Nur halb Upgraden geht ja hier nicht Und die Mechanisierte Infanterie Hat keine bessere Verteidigung Als die Schützen Die wir haben Insofern für die Verteidigung Sind die Schützen Das Beste Wir sehen Schützen haben 3-5-1 Und ich glaube Die haben Weiß ich nicht 5-3 oder sowas Oder 6-3 Achso das war ein Joke Sag das doch Gericht Uni bauen wir hier Als nächstes In Bremen Äh ne die haben nicht 6 in der Verteidigung Ernsthaft Gucke ich mir gleich an Gucke ich mir gleich an Würde mich wundern Okay Haben 6 Alles klar Dann steht es in der Anleitung Falsch Ähm Das müssen wir Oder sie haben es verändert So Byblos Bei Frieden Egal Ich würde jetzt in jeder Stadt Eine Karawane schieben Ja Wenn wir das andere durch haben Im Byblos bauen wir jetzt mal Ganz langfristig Eine Fabrik Alle austauschen Ja Das hättet ihr gerne So der Bomber Kann wieder fliegen Bevor hier Frieden kommt Werden wir noch ein bisschen Stress machen Äh Was nehmen wir denn weg Ach komm Die Ritter Die Nerven Ich hab ja was gegen Ritter Wisst ihr ja So Wir müssen aber jetzt hier mal Bei einer Stadt Irgendwie landen Das müsste aber noch reichen Da Da war kein Stack Hab ich zumindest gesehen Hab ich zumindest nicht gesehen Die standen glaube ich Alle einzeln Ach verdammt Da war doch ein Schiff Ne Hab ich wieder vergessen So Was wolltet ihr Ich sollte auf 5 gehen Achso Wir brauchen gar nicht Offensiv mehr agieren Das war schon vorgestern Nervig Danke Flensburg hat das Aqueduct Na großartig So Dann Äh Warum hab ich nichts geendet Hallo Flensburg Daneben geklickt Flensburg ist hier Ganz schön lahmarschig Ach ja Immer wieder dasselbe Wir müssen da weitermachen Da geht es So Und das stationieren Wir jetzt hier Bald haben wir Frieden Leute In 10 Runden oder so Wir haben die Raumfahrt Oh jetzt geht es aber richtig schnell Jetzt geht es richtig schnell Jetzt ist die Reihenfolge Glaube ich Ja oh Apollo Vielleicht sollten wir gleichzeitig An Mehreren Wundern bauen Bin mir nicht ganz sicher Ähm Was machen wir denn jetzt Plaste Plaste Dann können wir schon Flensburg ist Panik Was ist denn hier los Boote werden jetzt nur noch mit Bombern weggehauen Ist jetzt die neue Doktrin hier So ich glaube wir haben hier den Vollausbau erreicht Dann gehen wir auf Pollution Jagd Dann gehen wir auf Pollution Jagd Ich sehe hier keinen Stack Egal So Was ist hier noch los Ah da unten Ah ne da sind wir schon gerade dabei Ist da eine Stadt überhaupt in der Nähe da Hier muss ja jetzt richtig viel noch ausgebaut werden Fünf Einheiten Sehr schön So was sehen wir gerne Bei Alexandria Irrigation Das Äh Scheint irgendwie noch so ein Thema zu sein Äh Sehe ich nicht Wo Ach so auf dem Fluss Ja stimmt Ich dachte so der Fluss Fließt da so Freundlich Vor sich hin Da können wir nochmal die Kanone zum Einsatz bringen Minen in die Berge können wir auch nochmal machen Ja stimmt So die Uni ist da In Oryx Sehr gut Biotop genau Nationalpark ist das Ähm Ja die Frage ist jetzt Jetzt mal ernsthaft Wartet mal Wollen wir irgendwo nicht schon das zweite Wunder starten Das können wir uns mal kurz überlegen Äh wir haben hier Wie weit sind wir hier noch entfernt in Trier Das dauert noch ein bisschen Seht ihr Und dann gucken wir mal auf die Städte War Oryx war doch auch irgendwie ganz gut Mit 41 Könnte man in Oryx Eigentlich das Äh Andere Wunder Das Apollo Programm durchziehen Ja Das machen wir auch Okay Da oben ist irgendwas los Ja Bombe zurückziehen Hier auch Und dann kommt jetzt nochmal alte Technik in Einsatz Leute genießt diesen Moment Oh wisst ihr was hier steht noch sowas rum Ich fass es nicht Aber ist egal da ist ja der Schütz in der Nähe Schaut mal die Kanone Gewinnt noch zuverlässig gegen Legionäre Bombe in Flensburg Oh was ist das denn Ein Diplomat Habe ich das nicht gemacht In Flensburg Ne Muss ich noch Ne Alexandria Auch die Uni Sehr gut Aber man merkt spürbar Wie weniger Pollution kommt Also die Phase haben wir überstanden Habe ich das Gefühl Diplomat will Tech stehlen Ja soll er Rostock hat Massentransit Rostock wächst Rostock hat gute Produktion Ähm Wisst ihr was Da können wir sogar Rostock jetzt auch schon mal Das Aquädukt andrehen Hau ihm die Finger ab Meint ihr Machen wir mit der Kanone Ja sehr schön Ach so ein Bombeeinsatz Hat doch was ne Immer wieder eine Freude So Hier Heimat Und dann S Karawane Baue ich wenn wir den Rest ausgebaut haben Jetzt wollen wir auch ein bisschen perfektionieren Wir haben auch ein bisschen Zeit Vor Greifswald ist was Das sind Rosinenbomber Oh schaut mal Die haben tatsächlich ne Kanone Erstmals In Theben mal wieder Verschmutzung Auch nicht schlecht Travemünde hat Massentransit Ah die Stehte sehen aber auch richtig geil jetzt aus Also Das ist schon schön mit dieser Stadtansicht Wirklich sehr sehr schön So Jetzt beginnen wir hier tatsächlich Dass wir nichts mehr machen können Aus diesem Grund Ich meine wir könnten natürlich ein Kolosseum bauen Das bringt auch immer noch Sehr teuer allerdings Brauchen wir nicht ne Wir machen Karawanen jetzt Stimmt Bomber sollte aufklären In Flensburg haben wir Panik schon wieder Ja Hier Ja wir kommen vielleicht bis zur Stadt Da habt ihr recht Pollution Kampf Er geht zurück Er geht auch zurück Und Hier Gibt es hier noch irgendwas Wir sind Haben wir hier den Vollausbau Habe ich irgendwie das Gefühl Ne Ja Die Pollution in dem Gebirge Ja okay Den können wir noch wegnehmen Nützt uns zwar selbst nichts Oder weil wir da glaube ich Nichts produzieren So war hier irgendwas Irgendwas war doch hier Ne Ich bin jetzt gerade so ein bisschen Aus dem Konzept gekommen Mir war so als wäre hier was Gewesen Aber ich weiß es nicht War hier drüben was Keine Ahnung Bomber in Flensburg Ja da wollten wir was Stimmt da wollten wir was mitmachen Ja Da wollten wir was mitmachen Heimat Haben wir gemacht Hier muss ne Stadt sein Ja hervorragend Wie heißt die Stadt Basra Die wir jetzt bombardieren Ja Soweit zu diesem Thema In Greifswald war es Stimmt Da landen sie jetzt auch Wir brauchen unseren Panzer Leute Okay die Straße ist voll ausgebaut Dann würde ich sagen Machen wir mal links und rechts Die Verschönerung erstmal fertig Mixen Ja wir machen erst die ganze linke Seite Da war es ja Das hatte ich leider 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 Mal wieder Oh Die kommen mit Hightech dort an Habt ihr das gesehen Wird es nochmal eng Bevor wir die UN gebaut haben Plaste ist erforscht Damit haben wir die erste Komponente Die wir bauen können Und Was brauchen wir jetzt noch Recycling ist irgendwie auch nicht schlecht Oder Recycling Recycling Ich sehe das hier nicht mehr Was bringt Recycling Ja Machen wir mal Recycling Jetzt auch egal Kampfrobot Schützen haben sich rumgesprochen So Jetzt müssen wir aber was tun Die Schützen sind unangenehm Da brauchen wir eigentlich Panzer Haben wir hier irgendwas Naja wir haben nur die Schiffe Die sind auch nicht schlecht Aber Wir brauchen jetzt wirklich ein Panzer Hier ist ein Panzer Jawohl Oder bauen wir doch ein Schlachtschiff Komm wir bauen hier noch ein Schlachtschiff Aber bald haben wir eigentlich Frieden Das gute Schulsegelschiff Ich will das Schiff hier nicht auch riskieren Wir haben doch hier in Theben Meine ich ein Panzer Ja Haben wir Oh Aber wir könnten auch unser Schlachtschiff Zum Einsatz bringen Das ist vielleicht noch geiler Wartet mal Wir wollen das Schlachtschiff sehen Ah Ich hätte runterziehen können Jawohl Hervorragend Jetzt den Panzer bitte Na wir warten mal hier Sehr gut Und du darfst Wieder zurück Oder war hier unten nicht noch ein Schiff Ja Unser Schlachtschiff Ist im Einsatz Und es liegt sogar mal draußen Großartig ne Die haben geplündert Na toll Ein Schlachtschiff verliert gegen Ritter Möglich ist alles Wir haben 1000 Gold übrigens Aha Wen haben wir denn da Besuch Das Schiff Müssen wir leider ziehen lassen Außer wir holen unser Schiff aus Travemünde Wäre auch möglich Okay Theben hat auch Massentransit Und Dann Sieht das ja gut aus Dann bauen wir jetzt hier auch Karawanen Halt ne Einfach aus Prinzip Ah ja Ich habe jetzt weggeklebt Was passiert jetzt Bremen Uni Ich muss nochmal nach Theben reingehen Ich will nochmal Unser Obwohl Wir haben bald Frieden Wir brauchen keinen Bomber mehr Die Zeiten von Bombern Sind vorbei Würde ich sagen Die Zeiten von Bombern Sind vorbei Hier Kommt jetzt lieber Massentransit Wir sind Ökos geworden Memphis auch Alles gut Und Dann Packen wir hinten Ja Hm Bauen wir nochmal ne Kaserne hin Nicht dass wieder Piraten kommen 14 Millionen Die Gegner müssen dann immer sofort Frieden schließen Wenn ich das richtig In Erinnerung habe Der Bomber in Gaza muss landen Ja Äh Ist er nicht gelandet Oder was habe ich da gemacht Habe ich das vergessen Oh wartet mal Wir müssen natürlich hier was tun Äh Unser Panzer Den werden wir aktivieren Du kannst da weitermachen Der Panzer kann sich nicht ums Schiff kümmern Das geht nicht Das wäre auch ein bisschen unlogisch Ah Ich hätte es machen sollen Okay Rostock kann jetzt auch wachsen Wenn es denn will Wenn es soweit ist Aber wir sorgen dafür Dass das soweit sein wird Das heißt Rostock Kann noch Ab jetzt Auch Nur noch Karawanen Sinnvollerweise machen Okay Jetzt skalieren wir glaube ich richtig Wenn wir jetzt Überall anfangen Karawanen zu bauen Kiel baut große Kirche Das ist gut Damit ist auch hier der Elvis Peridu Und wir können In Kiel Weitermachen Mit Boah Dauert zwar Aber wir machen mal hier noch eine Fabrik So S bitte Und Machen wir mal da die Pollution noch weg Oh ne Leute Ich hab keinen Bock mehr auf Bomber Die Zeit der Bomber Sind vorbei Fabrik gleich kaufen Ja Wäre auch eine Möglichkeit Das stimmt In Trier Was In der Hauptstadt Ist Panik Was ist denn da los Oh 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 Da brauchen wir aber mal dringend Ein Elvis Einer reicht schon Die Vereinten Nationen sind bald da Zeit für Atomschläge Zeit für Atomschläge Nein Das wollen wir nicht Das machen wir nicht Gut Auch hier Karawanen jetzt Es geht los Das Recycling haben wir entdeckt Bringt uns Jetzt geht es aber auch wirklich zügig Recyclinganlage Stadtausbau Okay das können wir machen Stadtkarawanen Das reduziert nochmal irgendwie Die Verschmutzung Oder erhöht das nochmal die Produktion Ich weiß ja gar nicht Kernspaltung Gentechnik Müsste glaube ich Oder Gewerkschaften Gewerkschaften Ich hab keinen Bock Ach ne Das ist Das ist eine Sackgasse Aber brauchen wir vielleicht Für was anderes Oder Ich muss jetzt vielleicht mal Ich muss mal raus tappen Leute Das wird jetzt für Jetzt wird kurz Komisch aussehen Aber Jetzt muss ich nämlich mal Hier weiter scrollen Im Tech Tree Sonst komme ich hier Nicht mehr klar Okay Das hilft mir aber Eigentlich jetzt auch Nicht so richtig Warte mal Ich gehe wieder zurück Also Gewerkschaften Ist eine Sackgasse Gentechnik Brauchen wir Für Krebsheilung Was das richtig bringt Weiß ich nicht Können wir Ne weiß ich nicht Feudalismus Also Kernspaltung Ist glaube ich Das was wir benötigen Oder Ähm Ja Kernspaltung Ist das Wobei Warte mal Für diese ganzen Teile Wir haben eigentlich Alles für die Teile Wir können eigentlich Loslegen Wir müssen nur Wir brauchen Plaste Und Roboterbau Haben wir Roboterbau Schon Für Roboterbau Brauchen wir Computer Das haben wir Eigentlich schon Ja ja klar Apollo Programm Fehlt Das ist klar Krebsheilung Ist ein glücklicher In jeder Stadt Oh das ist gut Das machen wir mal Jetzt ist ja Jetzt sind wir bei Wünsch dir was Äh Das finde ich gut Okay Leute wir kommen der Sache hier richtig Näher Äh Greifsweit Hier werden wir Erstmal die Was bringt die Recyclinganlage Wollen wir die Haben Damit wird die Verschmutzung der Stadt Durch die Industrie Um zwei Drittel Reduziert Ja Wollen wir das noch Ah ja Ist so eine Sache Frage der Ehre Am Ende sind alles Sackgassen Ja Ja da ist ein Schiff Habe ich gesehen Ja Okay Dann bauen wir da oben nochmal aus Und Hier machen wir Pollution noch weg Ähm Dann sind wir hier Eigentlich durch Und helfen Dann würde ich sagen Byblos weiter Hier machen wir Ein bisschen Pollution weg Die Die Karawane Geht nach Trier ne Oder Trier hat doch jetzt Hier ja die Vereinten Nationen Ja genau Okay Hunger aber Recycled Haben die Hunger Ja Das kommt weil die Da angelandet sind Hups Jetzt haben sie Keinen Hunger mehr Schon wieder so ein Dämlicher Zwei Dicke Schiffe Ja aber da Habe ich keinen Bock Ehrlich gesagt Mit unseren jetzt Da Anzukommen Theben baut Eine Karawane So bauen wir jetzt Ne wir bauen jetzt Nicht weiter Karawanen Wir bauen jetzt Erstmal wieder Die Recyclinganlagen Das andere Kriegen wir schon noch hin Rostock auch Sechs Runden Und Hier habe ich Vergessen Das hier zu bauen So Und du Brauchst mal Besuch durch Ein Panzer Würde ich sagen Während wir hier Ach ja Ach ja Na dann mach Erstmal eine Straße hin Panzer Zack Zurück S Derrigation Wo in Oryx Bauen wir Bauhilfe für Wunder Sehr gut Der Recycling überall Wo es keine Verschmutzung gibt Es gibt Verschmutzung Das ist nur Weil es auf der Karte Keine Verschmutzung gibt Heißt es nicht Dass es in Städten Keine Verschmutzung gibt Überall da Wo wir Fabriken haben Gibt es auch Wir haben die Vereinten Nationen Sehr schön Okay Jetzt fehlt Eigentlich nur Das blöde Apollo Programm Solange bauen wir hier Auch noch eine Recyclinganlage Solange da Türme sind Gibt es Verschmutzung Okay In Theben sind keine Türme Ernsthaft Na gut Dann ist es Quatsch Das gebe ich zu Hier sind keine Türme Okay Alles klar Ihr habt recht Ihr habt recht Dann bauen wir da Wieder Karawanen Na gut Dann ändern wir das Gehen wir nochmal Zurück nach Theben Warum ist in dieser Riesigen Stadt Keine Verschmutzung Das kann auch Gar nicht sein Da stimmt Irgendwas nicht Wir bauen das Raumschiff aus Recycling Materialien Okay So Was ist denn hier noch Phase 1 2 1 2 Hier ist gar nichts mehr Phase In Travemünde ist eine Karawana auf Halde Ne die haben wir schon Lange verwendet Hier unten In Greifswald Sieht das alles noch Armselig aus Da schicken wir die Oh hier können wir auch Schon noch was bauen Da fahre ich immer vorbei Minenball Rostock Ja genau Wir ignorieren jetzt den Gegner einfach Memphis baut Ähm Bauen wir weiter Ja Die Gentechnik Oh Das heißt da können wir Das nächste Wunder starten Krebsheilung Das können wir in Trier Dann starten Oder Supraleiter Kommt mir Ach das ist fürs SDI Programm Joa ich meinte Roboterbau Ist für Roboterbau Brauchen wir für Raumschiffmodule Okay Das ist jetzt doch Wichtig noch Das ist tatsächlich Das letzte was wir Benötigen Ähm Und dann lass uns mal In Trier Doch keine Recyclinganlage Bauen Sondern lieber Die Krebsheilung Letzte Fabrikverbesserung Was ist das Ah Immer wieder Dasselbe Aber hier können wir Können wir das ranholen Da wäre sie mal sinnvoll gewesen Ja wäre sie Aber jetzt haben wir Doch andere Prioritäten So komm Jetzt machen wir Was gegen Gegen die Symmetrie Den Den Außenturm Ob wir das noch Vollständig kriegen Ja 1893 Themen Weiter Karawane Alexandria Weiter Karawane Ja Unser Schlachtschiff Das Wunder Müsste eigentlich Da bald auch Fertig werden Glaube ich Das waren Kreuzer Ernsthaft So aus wie ein Schlachtschiff Hatten wir da nicht auch eins gebaut Hm So Flensburg Es gibt wieder Probleme Aber da schicken wir 1, 2 Unser Schlachtschiff So Bremen hat auch Massentransit Haben wir Bremen Pollution Nein Haben wir auch nicht mehr Das heißt Recyclinganlage lohnt sich nicht Dann auch hier Karawane Ähm Nö Aber es gibt Autosave Allerdings Ziemlich lange Aber das Programm Lauft auch stabil Apollo Programm ist da Leute Es geht los Es geht los Der große Moment Wir können jetzt richtig Raushauen Produktionstechnisch Oh schaut euch das mal an Hier Ähm Aber das ist uns jetzt egal Ähm Wir brauchen jetzt Strukturen und Komponenten Strukturen sind dafür da Warte mal Komponenten und Module Heißt das eigentlich Jetzt weiß ich gar nicht Was was ist Wir brauchen eins Ich zeige euch das gleich Wir brauchen eins Äh Antriebsstoffe Treibstoff Und so weiter Und dann brauchen wir was Um die Leute da rein zu holen Und jetzt kann man noch Ganz viel bauen Aber wir bauen die Minimalrakete Das ist alles noch ein bisschen Komplizierter als heutzutage Äh Module können wir noch nicht Ach so Alles klar Stimmt Die können wir erst Wenn wir Roboterbau haben Ne Ah Alles klar Gut Dann bauen wir erstmal Irgendwie eine Struktur Es gibt Strukturkomponenten Und Module Äh Das mit dem Frieden Funktioniert nur Wenn wir auch diplomatischen Kontakt haben Das haben wir aber noch nicht So Wir gucken Äh Beziehungsweise müsste man Aktiv machen Raumschiffe Wieso wird uns das nicht Angezeigt Müssen wir erst eine Struktur Einmal gebaut haben Vermutlich Schiff geh weg da Das andere Schiff Lassen wir mal vorbeiziehen Okay Dann machen wir hier weiter Da ist eine Stadt Da ist eine Stadt So Irgendwo Schien mir Schaut mal Das ist doch unser Schlachtschiff Das ist ein Schlachtschiff Leute Wir haben hier nämlich Ein Schlachtschiff gebaut Ich hatte recht Edgy Badge So Ich habe keine Ahnung Wie viele wir wie brauchen Aber ich fange mal Mit den Komponenten hier an Ähm Wir sehen wegen Apollo jetzt Ach so Wir sehen alles steht Was ist das denn Die Engländer Okay Wir kennen Wir fliegen in den Weltraum Aber uns ist die Welt Im Übrigen noch Überhaupt nicht bekannt Weil die Leute nicht wollen Dass unsere Schiffe rausfahren Sehr schön Ja das ist ja cool Sehr cool Okay Irgendwo war doch hier was gelandet Oder Mir war so Hier unten Da Schicken wir mal Aktivieren mal beides Aber gehen hier erstmal Unten hin Und Machen Hier mal weiter Ja Ja Die brauchen wir jetzt Gar nicht mehr Die Erde ist rund Was Achso Tyrus Platt machen Ja das könnten wir machen Memphis baut Karawane Wir haben da eine Einheit Verloren Das ist unangenehm Da müssen wir Nacharbeiten Wir dürfen Wir dürfen jetzt nicht Nachlassen Alexandria baut mal Die Schützen da Und wir haben den Roboterbau Ich brauche Minimum drei Module Zwei Komponenten Und genug Struktur Ja Artillerie Ja Geil Aber brauchen wir nicht Industriewerk Achso das ist die letzte Produktionsausbau Oh ja Das ist natürlich Jetzt die Frage Ob wir das noch brauchen Für das was wir hier haben So Jetzt machen wir Supraleiter Einfach nur so Und Wartet mal Jetzt Brauchen wir Warte mal Mit den Karawaten Das ist jetzt Quatsch Industriewerk 16 Runden Lohnt sich das? Bau lieber mehr Antriebe Flug geht dann schneller Ja Ich baue jetzt erst mal Strukturen Kaufen könnten wir auch Ja Achso Die dicken Dinger kaufen Ja das ist noch Eine bessere Idee Das können wir mal Kurz Wir bauen die mal an Und dann kaufen wir sie Mal gucken Wie teuer das Eine Runde Müssen wir bloß dran denken Memphis Und das bringen wir jetzt Irgendwo mal da hin Ach ne geht ja nicht Bauen wir irgendwo noch ein Wunder Wir bauen doch irgendwo Hier die Krebsheilung oder Ja Dann schicken wir das da hin Achso du solltest das bauen Ja Ich erinnere mich Wunder anbauen mit Caravan pushen Ja Ja okay Aber das habe ich Das ist mir jetzt wieder zu cheesy Jetzt hier Klingt nach einem guten Trick Aber machen wir nicht So Wir bauen jetzt als nächstes hier Das Industriewerk an Mal gucken mal wie teuer das ist Die erste RS Struktur haben wir jetzt Jetzt wird es ernst Leute Jetzt wird es ernst So wie funktioniert das jetzt Die DRS Steinrich Wie geil ist das denn Wir müssen jetzt Irgendwie definieren Was das ist oder so Keine Ahnung Ich glaube wir müssen da Ganz schön viel von produzieren Zehn Jahre Alles automatisch Achso Aber ich hätte gedacht Man müsste irgendwas auswählen Na gut Funktioniert es automatisch auch Achso Nur bei Modulen war das so Na gut Dann würde ich sagen Bauen wir erstmal Strukturen ohne Ende Beziehungsweise Bauen hier die Industriewerke an Und ich wollte aber gucken Wie teuer das jetzt war Wahrscheinlich haben wir nicht so viel Geld Das überall zu machen Also jetzt nochmal Memphis Hatten wir das da Ja Gucken wir mal Kauf 596 Jo Gönnen wir uns So War das in Wo hatten wir das noch gemacht Da ist es noch nicht losgegangen Kannst ja jetzt Forschung reduzieren Für Einnahmen zum Ausbau Das ist auch eine schöne Idee Ja Das machen wir mal Richtig Wir haben alles Was wir für die Raketen brauchen Ach Diplomaten Jetzt ist nicht mehr die Stunde Der Diplomatie Jetzt geht es rucki zucki Bremen Hör auf damit Gehe ich hier auch mal Aufs Industriewerk Dann gucken wir mal So Memphis hat das Industriewerk Sehr gut Und jetzt geht Memphis Auf die Struktur Die drei Runden hier Trotzdem braucht Und dann gucken wir mal Was in Theben das kostet 592 592 Ja sehr gut Können wir hier noch Irrigation machen Achso da oben ist noch die Stadt Wartet mal Alexandria Gehen wir mal auf das Industriewerk Das muss noch Flensburg HF Tja die Stadt Wisst ihr was Wir lassen einfach mal Die Stadt Stadt sein Solange sie uns da nicht angreift Obwohl das werden sie irgendwann tun Ja okay Wir schicken unseren Panzer hin Hier aus Byblos Machen wir das mal Jetzt müsste doch Frieden möglich sein Wollen wir das mal machen Oder was Ne wir machen die Stadt platt Ja Soweit zum Thema Diplomatie Ah wie sie Oh in Kabul Gibt es tatsächlich noch Piraten Ey jetzt erlebt er auch schon Also die Runden Ladezeiten Steigen jetzt schon an Theben hat Industriewerk Sehr gut Da bauen wir jetzt weiter die Komponenten Äh die Strukturen Drei Okay So und wann weiß man jetzt Äh wie Wie viel ausreichend Strukturen man hat Das erhöht das Gewicht Ne und man muss irgendwie mehr Treibstoff haben Hm Niemals Äh Das stimmt Lödicke du hast recht Es ist glaube ich logisch erst Module und Komponenten zu bauen Weil dann sieht man erst wie viel man braucht an Strukturen Ne So war das Okay Dann ändern wir das jetzt hier Und wir bauen mal Fangen mal mit den Modulen an Das dauert am längsten Genau Drei Module Mehr bauen wir nicht Das ist jetzt die Zielvorgabe Oh nein Nein Also bitte Dieses fuckige Segelschiff Also das kann doch nicht wahr sein Ey Da müssen wir jetzt mit unserem Schlachtschiff hier noch rausfahren Das ist nicht zu fassen So Weg mit Tyrus Haben wir noch 20 Gold geraubt Ja Nicht Rittertum Feudalismus Was die Grundlage für Rittertum wäre Feudalismus ist quasi das Was wir absolut nicht mehr benötigt haben Sehr schön So Weiter Da haut er ab Schneller als unser Schlachtschiff Oh was kommt da Transportschiffe Okay da müssen wir glauben Oh der hat ein Siedler zerstört Dieses Schwein Und das nächste Transportschiff Jetzt kommt hier Hightech an Was geht denn hier los Aber wir Wir haben Supraleiter SDI Stadtausbau Ja gut Wenn irgendjemand Kernspaltung hat Wisst ihr was Wir nehmen auch mal Kernspaltung Damit wir dagegen arbeiten können Falls das passieren sollte Falls das nötig sein sollte So jetzt gehen wir unten hin M hier M hier So wo war jetzt hier Irgendwas war jetzt hier gerade Auch auf der anderen Seite Na gut da haben wir ja Unsere Möglichkeiten Halt ne hier auch Scheiße Ah wir können Gott sei Dank nochmal angreifen Aber das Das war überhaupt nicht beladen Ich glaube das war nicht beladen Wir müssen hier runter gehen Wir haben übrigens wieder 721 Das heißt wir können hier schon den nächsten Kauf starten Ja Und wo war denn das eben War das hier Wir haben hier kein Schiff Warum haben wir da kein Schiff Leute Was ist Das schleift ja hier total Ah schaut mal Das ist hier ungünstig verteilt Wir schicken mal unser Schlachtschiff raus Bei Oryx war das Ach so Na gut Ist trotzdem Gut dass wir das Die Schiffe da besser verteilen Hier war das Ernsthaft Bei Oryx Da haben wir ja gar kein Schiff Glaube ich nicht Ach so Die Siedler war bei Oryx Ja das stimmt Ne ich meinte Wir haben doch da irgendwie so Transportschiffe gesehen Äh jetzt haben wir übrigens mal gespeichert Für die Die sich wundern Warum ich nicht speichere Dieses meinte ich da Genau Hier Ja Jetzt machen Zwingen wir sie mal Dem Frieden auf Oh schaut euch mal die Leute an Im Hintergrund Nichts als hohle Drohung Tja mein lieber Freund Stalin Die Völkerfreundschaft ist ausgerufen worden Pech gehabt Hauptsache er nervt uns da jetzt nicht Das wäre natürlich jetzt richtig dämlich Wenn er jetzt da die ganze Zeit rumsteht So wir haben Oh ja sehr schön Wir haben das nächste Weltwunder Die Krebsheilung Und damit Gehen wir hier auf Industriewerk Gucken in der nächsten Runde Wie teuer es ist Wir haben die nächste Struktur Aber wir wollen das eigentlich ändern Flugzeit ist so lange Das ist schon viel zu viel Struktur Oder was ist das Äh wir machen jetzt hier Modul Oder ne Wartet mal Haben wir eigentlich auch hier das Industriewerk schon Na das haben wir tatsächlich In Gaza Freuen sich die Leute Sehr schön Und in Achso Weil wir jetzt Die Krebsheilung haben Deswegen geht das überall ab So in Rostock haben wir Industriewerk Und ich glaube das ist jetzt schon das dritte Modul Was wir bauen Dann bauen wir danach jetzt keine Module mehr Müssen wir bloß dran denken Oder ich muss dran denken Ähm Den Panzer schicken wir runter Hier hin Tja Ich glaube Der ist Das Schlachtschiff ist noch stärker Achso Wir haben ja einen Frieden Äh ja Das war eine kleine Demonstration Der Macht Lasst euch nicht Beeindrucken Ihr lieben Partner Und Freunde Stimmt Das Schlachtschiff sollte woanders sein Ja 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 Ihr habt recht Oh da sind die nächsten In Flensburg Diesmal die Mongolen Jetzt kommt's vollends Aus der Waage Ha herrlich Okay alles klar Also ich sag mal Das mit dem Frieden ist so eine Sache Das ist eigentlich totaler Käse Wenn wir in der nächsten Runde sofort den Krieg wieder erklären können Der Westflügel wird ausgebaut Ja So die nächste Struktur Gott wir bauen viel zu viele Strukturen Leute Wir müssen mehr Treibstoff nachher haben Wo sind wir in Theben Da brauchen wir sowieso glaube ich Ein Panzer jetzt Wir bauen jetzt als nächstes Komponenten Elvis zu viel Ah ok Schub oder Treibstoff Wir brauchen glaube ich beides Wir starten mal mit Schub Ok So Wow was geht hier ab Travemünde Komponente gebaut Beginnen wir auch mal mit dem Industriewerk 1-1 Ja Äh wie Verschieben können Ach die muss man doch verschieben Die muss man da bauen Die muss Ach so Ok Alles klar Gut zu wissen Goethe gesagt Nein Hellberg Danke Gute Nacht Bibliothek Nochmal in Flensburg Völlig unnötig Inzwischen So Flensburg Flensburg Bauen wir mal ne Kirche Ach komm Das ist alles für Quatsch Diese Gespräche So Panzer Oder wo Was ist in unserem Schlachtschiff Ach das ist Ah ja Das ist schon wieder drinnen Aber das können wir Doch auch noch zum Einsatz bringen Oder Warte mal Ich warte mal kurz Ob das Schlachtschiff noch kommt Das haben wir alles gemacht Ah ich hätte erst oben Nein Unser Schlachtschiff Habt ihr es gesehen Unser Schlachtschiff wurde zerstört Ich fass es nicht Ich bin entsetzt Das hat ne Also ich glaube Es hat keine Einheit mehr Ne höhere Angriffskraft Als ein Schlachtschiff Kreuzer Enttrabbeln Das stimmt Wir haben noch einen Ja Wahnsinn Wahnsinn Ja Sehr gut Das war die Bismarck Ja genau Hatten wir die schon mal 60 Millionen Einwohner Oder kommt mir das nur so vor So da landen die nächsten In Hamburg So die Freude ist vorbei Hier ist glaube ich Der Panzer dann besser Die letzten verzweifelten Versuche uns Oh da kommt der nächste Also was geht denn hier ab Leute Ah ich hätte Äh falsch gezogen Selbst gesehen Der wird jetzt mal Hier stationiert Neue Order Irgendwo noch Eine Landung Die ich verpeilt habe Naja Es geht doch Mit den Schiffen Ich finde das ist okay Oder Noch ein Schlachtschiff Wollen wir wirklich Noch ein Schlachtschiff bauen Ich weiß nicht so recht Wie sieht es aus Kauf Industriewerk Fünf Ja Okay Dann bauen wir hier Nachher noch ein Schlachtschiff In Travemünde Von mir aus Ah Der haut ab Ich lach mich tot Die Küstenschäte Weghauen Ja Das könnte man auch machen Ja So Och Wie entzückend Hier wird noch eine Bibliothek gebaut Ach Dann baut man noch eine Bank Oder so Irgendwas kann ja noch passieren Tarnbombe Ja Das wäre nicht schlecht So Travemünde hat jetzt Industriewerk Weil wir hier so mega auf Nummer sicher gehen Bauen wir denn hier nochmal ein Schlachtschiff In sechs Runden Okay Hier kommt noch eine Straße hin Hier Eine Mine Ich fahre jetzt nicht hinterher Ich stationiere das Schiff in Greifswald Neu H S So Eine Überlebens-Sissy Wie wir alles vollgepflastert haben Schaut euch das an Wahnsinn Ach ja Da war ja auch noch ein Schiff Okay Wir haben die Kernspaltung Also Das Manhattan Project Könnten wir starten Ah Beendet den Effekt Ich weiß gar nicht Ob der für uns noch relevant ist Kernkraft machen wir dann als nächstes Und es wird gefeiert Tag des Präsidenten 16 Millionen Jetzt haben wir sie Und Wir gehen hier weiter Machen wir erstmal die Straßen aus HS So Irgendwo Meine ich aber Wir haben nur 375 Wie sieht es eigentlich aus Mit den Kosten 468 Gegen 331 Naja Sobald nur noch Rittertum ist Müssen wir die Forschung beenden Ja genau Da gehen wir komplett auf Steuern Oh Die nächsten Landung Naja Das Das erledigt das Schlachtschiff Ne Ist es da kaputt gegangen Ne Da ist es noch heil Ne Äh wo war das eben War da eben bei uns Irgendwo eine Landung Ach da oben Schaut euch das mal an Diese frechen Panzer Aber wisst ihr was Wir können auch nochmal hier Unsere Kanone In den Einsatz bringen Jawohl Panzer Kannst wieder zurück Hier kommt noch eine Straße hin Und hier Lieber Das Schlachtschiff Oder Ach das Schlachtschiff ist kaputt Ne das Schlachtschiff Ah Das liegt da unten Naja gut Dann eben damit Das Schiff lassen wir entkommen Genau Ja Liegt in Themen Oder Na komm Wir lassen es noch aus Jetzt wollen wir mal nicht Wollen wir mal nicht Nachlässig werden Gut Bald müssten mal die ersten Module kommen Oder Jetzt geht es ja hier richtig ab Jetzt kommt hier nochmal ein richtiger Angriff Die KI merkt glaube ich Dass wir hier irgendwie was vorhaben Habe ich so ein bisschen das Gefühl Aber unser Panzer macht das schon Stationieren wir wieder da Module dauern sehr lange Ja hatten wir ja gesehen So 8, 9, 10 Runden Aber wenn wir die haben Dann sind wir auch durch damit Und dann dürfte es eigentlich Auch nicht mehr so lange dauern Müssen wir bloß gucken Welche Komponenten wir noch benötigen Ach da kommt wieder was Hm Was ist das denn Die haben jetzt auch Kreuze Oh langsam kriege ich ein bisschen Schiss Langsam wird es ja gefährlich Wird Zeit Dass unser Schlachtschiff kommt Trier hat jetzt Erst das Industriewerk Ach da wollten wir kaufen eigentlich Wow 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 So Module Komponenten brauchen wir Drei Runden ist Wahnsinn Das haben die geklaut mit Diplomaten Habe ich gar nicht gesehen Okay Die nächste Komponente Jetzt nehmen wir Treibstoff Ah okay Das passt jetzt dazwischen So Schaut mal Flugzeit 60 Jahre Erfolgswahrscheinlichkeit 0 Irgendwas fehlt da noch Irgendwas fehlt da noch Wir müssen irgendwie noch mehr bauen Ähm Dann würde ich sagen Bauen wir auch noch mehr Komponenten Ne Ja Hätte ich lassen können Themen Das nächste Modul ist da Das nächste Modul ist da Wohn Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht Brauchen wir jetzt noch mehr Komponenten Mehr Strukturen Wir bauen mal weiter mit den Komponenten Das ist in Ordnung Hamburg ist immer noch an der Uni dran Ernsthaft Wow Dann gönnen wir Hamburg mal Einmal Massentransit Wobei da ist gar keine Verschmutzung mehr Dann gönnen wir Hamburg Eine Fabrik Nach Ewigkeiten Jede Komponente und jedes Modul Muss von einer Struktur berührt werden Ach so funktioniert das Okay Ich verstehe So Haben wir jetzt hier Ein Schiff Ja haben wir Aber Fast zu riskant Das Schlachtschiff ist noch nicht stark Klar Start klar Könnten wir allerdings kaufen Ja Kaufen wir mal Ist zumindest nächste Runde da Der Panzer bleibt noch im Einsatz Hier gehen wir mal raus Und erledigen die erstmal Und dann gehen wir zurück Und warten lieber auf das Schlachtschiff Wollen wir mal nichts riskieren Und Du kommst hier wieder zurück In die Mottenkammer Mehr Schiff Ja ja Wir bauen ja Schub Alles gut Wir bauen noch ganz viele von den Dingen Nur die Ruhe Wir machen das alles Suche Also wir Alter Habt ihr das gesehen? Unser Siedler hat er erwischt Hätte ich ihn doch mal angreifen sollen Verschmutzung bei Trio Unser Schiff Ist das noch da? Büblos hat tatsächlich jetzt sogar noch eine Fabrik Ich bin beeindruckt Bauen tun wir hier trotzdem nichts Vielleicht noch das Industriewerk oder so Oder gibt es noch was Netteres? Oh ja Das machen wir mal Da kann die Stadt auch noch ein bisschen wachsen So das nächste Modul Ist das Lebenserhalten Modul Ah ok Ok Flugzeit 220 Jahre Nein, nein Wir reduzieren die Flugzeit so stark Dass es ganz schnell geht Modul brauchen wir aber nicht mehr Wir bauen dann weitere Komponenten Erstmal hier Schiff hat aber überlebt Jetzt haben wir hier das Schlachtschiff Ja, lassen wir das hier Bringen wir es nach Greifswald Ne, wir lassen es hier Das bleibt auch da Aber wir müssen hier was anderes bauen Ich baue mal hier schnell noch einmal Zur Sicherheit schützen Nicht, dass wir da unten Probleme bekommen Und du bleibst da Nächste Runde Oh nein Nein, wollen wir nicht Okay Wo haben wir unseren Panzer? Hier Haben wir hier auch noch einen Panzer? Nein Mir war so, als hätten wir hier auf der Seite zwei Panzer Aber das war wohl eine Täuschung Naja, da muss ein Panzer ausreichen Naja, da muss ein Panzer ausreichen Wir müssen jetzt nichts unnötig riskieren Ziehen wir uns nochmal kurz zurück Bis zur nächsten Runde Ein Schiff nach Hamburg Ja, könnte man auch machen Da kommt es jetzt ein bisschen öfter Oh, den müssen wir eigentlich verteidigen Der, den Siedler Und da landen sie erneut in Travemünde Jetzt wird es langsam ein bisschen frech dort Na gut Die nächste Komponente ist gebaut Das heißt, wir machen jetzt erstmal wieder Schub Und dann Treibstoff Okay Ja Das bauen wir auch weiter Würde ich sagen Wir haben die Kernkraft So, das ermöglicht auch Ein Kraftwerk Benötigen wir aber nicht Dann machen wir noch die Gewerkschaften Und dann müssen wir gucken Bremen hat ein Industriewerk Das ist gut Das heißt, wir können dann jetzt hier auch weiter mit Komponenten machen So, wie spät haben wir es eigentlich? 0.44 Ja Es wird keine Nachtschicht Das ist doch schon mal schön Industriewerk ist hier auch durch Dann machen wir auch hier Komponenten Fünf Runden jeweils Jetzt geht es ab Wir müssen halt uns bloß Gegen diese blöden Ah, wartet mal Nein Wir können hiermit noch was machen Jawohl So Bis 3.30 Uhr geht das nicht Ach Leute Spinnt doch nicht rum Ihr seid auch Spinner So, wir wollten das woanders hinschicken Fällt mir gerade ein Wir bauen weiter Komponenten Ansonsten Wollten wir nicht hier unten Nach Greifswald was schicken? Ja, genau Das war Quatsch jetzt Nochmal zurück Kommando zurück So Magellans Reise wäre gut Aber Magellans Reise wäre inaktiv Meines Wissens Das ist irgendwann Läuft das doch auch aus Nein Der Panzer Unser schöner Panzer Wird nicht inaktiv Äh Du brauchst noch ein Solarmodul Ja, das ist noch in Arbeit Das dritte Modul haben wir noch Warte mal Das wird nicht inaktiv KLMN Äh Wie heißt denn das hier? Find ich jetzt nicht Ist auch egal Ach hier Tatsächlich Wow Ja, das wäre sehr gut So, jetzt haben wir aber ein Problemchen Wir müssen jetzt hier Den Typen schützen Und wir schicken Und wir schicken Jetzt mal Hier unsere Kanone Nochmal zum Einsatz Für den nächsten Angriff Macht die Kanone sich bereit Und irgendwo können wir dann nochmal ein Panzer bauen Ja, wurde schon gebaut Klar War ja auch nur ein hätte wenn Wäre gut Ja, Panzer bauen Machen wir, wenn wir irgendwo was frei haben Ja, unser Schlachtschiff Da ging ja keine Chance Haha Oh, da nochmal eine dicke Kanone Das nächste Modul ist da So, jetzt kommen die Solarzellen Und da brauchen wir jetzt noch Komponenten Ja auch Da können wir jetzt schon mal anfangen Mit der nächsten Komponente Das ist ja Ne, Struktur meine ich Das ist ja schnell gebaut So, jetzt kommt wieder Treibstoff Äh, wie ist das mit Achso, Energie 0% Ähm, naja, ja Struktur Achso, weil die noch nicht angeschlossen sind Ah, alles klar So, das heißt Jetzt müssen wir einfach nur Schub und Treibstoff pushen Damit wir so schnell wie möglich darüber kommen Wenn ich das richtig verstehe Und dann sind wir durch Ähm, das heißt Ich bin mir nicht sicher Ob wir jetzt mehr Ich baue nochmal eine Struktur Keine Ahnung Vielleicht was unnötig Aber mehr als zwei Baue ich jetzt erstmal nicht So, du bleibst da Hier müssen wir mal gucken Wir brauchen eigentlich jetzt echten Panzer Warte mal Wir machen mal folgendes Wir bringen die mal hier vor die Stadt Und I Und hier Warten wir mal bitte Auf die Kanone Und dich wollten wir runterschicken Zur HF Bitte warten Wo ist denn die Kanone Jetzt kommt hier die Kanone Wieso habe ich nicht mit der Kanone angegriffen Ich wollte doch mit der Kanone angreifen Nein Was für ein blöder Fehler jetzt Oh Jetzt müssen wir Jetzt am Ende Wird hier noch Miss gebaut Panzer in Trave Münde Sagt ihr Ja wir müssen irgendwo Panzer bauen Wenn wir die nächste Komponente Da durch haben Machen wir das mal Obwohl hier Er ist Struktur Hier können wir mal einen Panzer bauen Wo haben wir ihn? Da Drei Runden Das ist gut Die letzten Reserven Ja genau Ich hatte die Kanone schon bewegt Ja ja So Da standen wir aber jetzt gut Hervorragend Sehr schön Und in Hamburg wird auch schon wieder gelandet So Die nächste Komponente Jetzt wieder Schub Boah Wie viel müssen wir denn davon bauen Damit das erfolgreich ist Hier bauen wir Komponenten weiter Ist ja Wahnsinn Was? Wo? Wie? Lebensmittel verbraucht? Ernsthaft? Wo war das denn? Ähm Ich greife jetzt mit der Kanone an Okay Damit hat sich das Thema Kanone erledigt Hier befestigen wir mal Und du gehst zurück hier Schiffchen nach Hamburg Ach ja Da müssen wir es halt auch erstmal bauen Ich bin jetzt so auf Raumflug getrimmt Ja genau Sie war halt alter und klapprig So sieht es aus Wir kommen ja Bekommen ja bald unsere Panzer Und dann geht das hier anders lang Würde ich mal sagen Den können wir glaube ich jetzt Auch nochmal Achso den will ich ja noch runterziehen Ja 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 Strukturen haben wir noch zwei Wir gucken mal Weniger Komponenten bauen Strukturen bauen Um die Komponenten zu aktivieren Ah ok Ich dachte aber es geht dann schneller Wieso? Also die beiden haben wir schon aktiviert Ich brauche jetzt quasi Wie ich das richtig sehe Ein, zwei, drei oder vier Strukturen noch Hier müssen wir aktivieren Und das müssen wir aktivieren Und dann ist doch alles in Ordnung Trotzdem ist halt die Flugzeit lang Na gut Machen wir mal Strukturen Wir werden das sehen Die Triebwerke sind noch nicht aktiv Achso Ok man muss da Ah ok Ich verstehe Gut also jetzt langsam auf Strukturen umschlussen Schwenken Ich verstehe Ja ok Jetzt kommt schon die nächste Naja bauen wir das nochmal zu Ende Die Antriebe sind rot umrahmt Alles klar Verstanden Dann gehen wir jetzt hier auf Strukturen Die gehen ja Sind ja schnell gebaut So Jetzt haben wir die nächste Struktur Ah ok Das wird so reingebaut Ich verstehe Alles klar Struktur kann bleiben So wo waren jetzt hier irgendwo Gegner gelandet Hier hinten Hier haben wir keine Offensiv-Einheit Die haben wir aber Gott sei Dank in Theben Und irgendwo noch Oder ne Wir hatten hier nur ein Panzer Das war das Problem Ja Oh Was ist das denn nur Oh Gott Was geht denn hier ab Das ist ja hoch riskant Ist das Uh 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 Okay Na gut Gott sei Dank ist Oryx gut verteidigt Nicht dass wir am Ende hier noch Städte verlieren Das wäre wirklich ein Ding So Ich werde erstmal den Ritter angreifen Oh nein 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 Nicht Ritter Gegen Panzer Bitte Dieses Spiel Panzer aus Travemünde Darüber ziehen Ah Ernsthaft Wollen wir das wirklich Ritter Ja kommt Erzählt mir nichts von Ritter Na okay Soweit zu diesem Thema Ah Okay aber Warte mal Ich bin mal gespannt Wie lange wir brauchen Aber wenn ich das richtig sehe Hier stehen wir kurz vor dem Erfolg Puh Okay Dann Helfen wir jetzt mal hier War hier noch irgendwo eine Landung Oder habe ich das Falsch gesehen Ich glaube ich habe es falsch gesehen Okay Ah Jetzt haben wir Oh Wow 13,8 Jahre nur Und wenn wir das angeschlossen haben Dann geht das ja rucki zuck Wir haben viel zu viel gebaut Okay Alles klar Ähm Ja Verstehe Dann bauen wir noch weitere Strukturen Wie viel Geld haben wir eigentlich Können wir die langsam kaufen Jetzt haben wir noch eine Komponente Die letzte Komponente hoffentlich Treibstoff 14,7 Ah Dann gehen wir hier weiter auf Strukturen Drei Runden Drei Runden Habe ich noch weitere Komponenten im Bau Ja toll Kann man glaube ich jetzt nicht abbrechen Na gut Toll Großartig Ähm Ja Umso mehr Strukturen brauchen wir natürlich Toll gemacht Toll gemacht Ja ich weiß gar nicht Haben wir irgendwo noch was Äh Anderes in Auftrag Achso das können wir ja in der Stadtübersicht schauen Ey ich habe gelernt Leute Ich habe gelernt Gucken wir uns das mal an In der Stadtübersicht Die nächste Struktur Kommt hier Sehr gut So und was haben wir jetzt noch an Komponenten Struktur machen wir mal weiter Wir haben die Gewerkschaften Sehr gut Mechanisierte Infanterie Und nun Kernfusion Die Ritter Kommen nicht So Panzer gegen Oh ich hasse es Ich hasse es Ich hasse es Ähm Stadtzustand So Wir bauen drei Strukturen Und eine Komponente Und noch eine Komponente Das heißt wir können eine Komponente abbrechen Nämlich in Oryx Jetzt alle Schützen ersetzen Ähm Wenn ich das richtig sehe Das heißt wir gehen hier auf Struktur Transporter for Flensburg Ja Allerdings Ohne was drin Ne Aber egal Wir nehmen ihn trotzdem Runter hier Oryx auf Panzer Brauchen wir denn noch so viele Strukturen Nochmal kurz gucken Eins, zwei, drei Ihr sagt wir brauchen gar nicht mehr so viele Na gut Dann gehen wir mit Ne aber die ist gleich fertig Das machen wir nicht Kommt Ich brauche noch fünf Okay Jetzt kommen sie Aber es ist unglaublich Ne Wie sie jetzt ankommen So Ich glaube ich brauche noch mehr als fünf Ich muss doch hier hinten noch rein Ne Eins Zwei Drei Vier Fünf Und dann noch Eins Zwei Drei Oder so Ich brauche noch acht Oder was Acht Ja Ja da brauchen wir also auch noch Strukturen Da ist die nächste Es wird gefeiert Jetzt haben wir noch die letzte Komponente Mit Treibstoff Sehr schön Was ist das denn da in der Mitte? Sieht das immer so aus? Noch eine Komponente bauen für die Symmetrie Nein Das machen wir nicht Auf keinen Fall So Jetzt Müssen wir gucken Wir haben hier unten Wo sind denn die jetzt alle hier angelandet? Ähm So Okay Wo sind die angelandet? Hier sind sie Ah Sehr gut Hier haben wir unser Schlachtschiff Ja Das müsste eigentlich schon aktiviert sein Ja Das ist klar Ich müsste einfach nur die Reihenfolge folgen Dann bringen wir euch wieder zurück Und Ja Du machst mal hier weiter Ne da oben eigentlich So Erstmal das Drei Einheiten Dann das Weg damit Souverän Habe ich noch irgendwas übersehen? Irgendeine Landung? Ich hoffe nicht Da geht's noch weiter Wahnsinn So Die nächste Struktur Da unten Was für ein krasses Teil wir da bauen Ich baue jetzt weiter Strukturen Immer weiter Strukturen Wo war die jetzt gekommen? Ah Hier ist sie jetzt hingebaut worden 10,2 Jahre Flugzeit Ob Bremen nicht auch noch ein Schiff stationiert hat Kann gut sein Das Schlachtschiff muss ich wieder umdisponieren Kann auch gut sein Hier muss einiges umdisponiert werden So Wir versuchen es nochmal Nein Wir sprechen nicht mit euch Also das ist Das ist doch zum Knochenkotzen Ah Sehr Sehr geil Unsere Panzer werden am Ende so richtig nochmal fertig gemacht Das sind Panzergrenadiere Mach du das mal Bremen Boot Brauchen wir doch nicht Achso Wir könnten es umstationieren Ja das ist ganz gut Stimmt Ja das ist noch ein guter Hinweis Machen wir das nochmal Ja da kommen sie nochmal Versuchen es noch Wollen uns abhalten Vom Bau unserer Strukturen Aber das schaffen sie nicht Das Jahr 19 Oh So viele Diplomaten Das Jahr 1918 Ist gekommen Die nächste Struktur wird gebaut Hervorragend Wir brauchen noch 1 2 3 Und 4 Dann sind wir durch Wow Mit Geld kaufen könnte man natürlich auch machen Ja Greifst du halt erstmal ein Industriewerk Ich würde sagen Jetzt brauchen wir keine Strukturen mehr kaufen Jetzt werden wir SDI produzieren Falls noch jemand eine Atombombe baut 18 Millionen So Ihr kommt jetzt nach Flensburg Okay jetzt ist die Frage Wollen wir das forcieren Indem wir Ach das ist alles in der nächsten Runde fertig oder Nee Fangen wir jetzt nicht mit so einem Kram an Wir behalten uns ein bisschen Geld noch vor Wir bauen das jetzt auf ehrliche Art und Weise zu Ende Ja greift uns jetzt mal da an Mit euren Rittern Die nächsten Strukturen müssten eigentlich jetzt kommen Und wie er da massiv jetzt da kommt Wahnsinn Mit seinen Diplomaten So Da kommt Trier mit der nächsten Struktur Okay Das ist jetzt Wie es aussieht Alles angeschlossen Aber Achso Erfolgswahrscheinlichkeit wird sich vermutlich Verändern Ich glaube das können wir jetzt hier schon mal ändern Wir machen hier auch SDI Ich habe zu viele Strukturen Muss wieder Komponenten bauen Nein Jetzt Jetzt ist es soweit Leute Wir können starten Wir können starten 9,4 Jahre Flugzeug 100% Erfolgswahrscheinlichkeit Es kann nichts mehr schief gehen Und seht euch diese großartige Konstruktion an Unseres Raumschiffes Mit dem wir jetzt abfliegen werden Ja SDI Erst wenn jemand Manhattan hat Ist auch egal jetzt Ich wollte nur irgendwas bauen Das geht jetzt los Wir gehen jetzt hier Wir fahren mit Damit fliegen wir jetzt los Genau mit diesem Krippelteil Leute es geht los Ein großer Moment Die Lücke unten muss sein Ne die muss nicht sein Aber es ist halt das effizienteste Modell So symmetrisch wie der Palast So sieht es aus Start bestätigt Los Deutsche Staaten Raumschiff Voraussichtliche Ankunft 1928 Oh mein Gott Jetzt wäre noch ein geiler Sound Gut Gestartet Okay das können wir jetzt alles ändern Die ganzen Strukturen Ja was wollen wir jetzt noch Wir bauen jetzt überall SDIs Leute es sind einfach noch neun Runden Oder zehn Ah die nächste Struktur Okay Industriewerk Die nächste Struktur Bauen wir noch Ne wir bauen SDI Ari Ja komm Ja wir können von mir aus noch ne Artillerie bauen Okay wenn ihr Bock darauf habt Bauen wir noch ne Artillerie So Du nimmst den nochmal raus Haben wir noch irgendwo Gegner Die aufgetaucht sind Ja die noch Zweite Rakete Diese Schweinebacke Diese Schweine Oh my god Habt ihr das gesehen Aber ihr könnt Uns nicht mehr aufhalten Ihr könnt uns nicht mehr aufhalten Warum kriege ich diese Einheit da nicht weg Das kann doch nicht wahr sein ey Wisst ihr was Jetzt kommt hier das aber an Jawoll Weg da Oh my god So 1928 Wir sind im Jahr 1921 Nicht auf den Tisch hauen Stimmt ich vergesse es ja wieder Das Mikro Problem Was kommt Wow habt ihr es gesehen Das war doch ein War das ein Schlachtschiff Bremen baut Bisschen hinterher Als Bremen Merkt ihr das Bremen bauen wir mal die Band Kolosseum Das haben wir noch nie gebaut Oh Alexandru hat auch noch Strukturen gebaut Kommt du auch Ein Kolosseum Wir wollen noch ein bisschen Spaß haben Und die Kernfusion Und die Kernfusion Ja geil So Rittertum Hm Hm Ne wisst ihr was Ich glaube jetzt ist die Zeit für Für Luxus aller Orten Ja Wir müssen jetzt mal ein bisschen feiern Wir feiern Dass wir gleich Alpha Centauri erreicht haben Oh ja Die Wissenschaftler Aber Ich glaube Wenn die Rate auf 0% ist Kann auch keine Forschung erfolgen Oder Ich glaube das geht gar nicht Boah Da gibt es auch noch Krieg In Zimbabwe Und wir haben sogar noch SDI gebaut Schaut euch das an Unsere Städte Sind sicher Und das Volk Feiert Weil die Stimmt Wir haben jetzt überall Scheiße Wir haben jetzt überall die Feiern Glaube ich Okay Hier lohnt sich nochmal Eine Recyclinganlage Ach du Kacke Jetzt kriegen wir überall die Feier Da habe ich mir jetzt selber Ins Knie geschossen Sehr geil Sehr geiler Abschluss Die Leute sind einfach begeistert Von ihrem großartigen Präsidenten Gleich Crashed es Das wäre noch was Ja Oh mein Gott Stellt euch das mal vor Stimmt Wir sehen noch jede Stadt nochmal Sehr sehr gut Ne das geht nicht jede Runde so Nur beim ersten Mal Ah sehr geil Ich speichere jetzt nicht oder Wir lassen das komplett drauf ankommen So Leute wir haben eine Artillerie Wir haben eine Artillerie Können wir die noch irgendwo Sinn bringen Zum Einsatz Ne ne Machen wir nicht Die bleibt da stehen Kann von mir aus weitergebaut werden So kommt Das Jahr 1923 erreichen wir Stimmt da sind die noch gelandet Da hätten wir Na ja Gut Panzer oder Artillerie Frieden zum Schluss Dazu Wo die jetzt überall landen Ganz schöne Frechheit nochmal Aber immerhin wir haben SDI Entschuldigt So Gehen wir hier nochmal auf Kolosseum Es ist eigentlich Quatsch Es ist aber alles Quatsch Ist egal 20 Millionen Hier sind sie aber gelandet Wir müssen aufpassen Haben wir irgendwas Was wir tun können Ja haben wir Ein Schiff Ich gehe aber trotzdem mal Sicherheitshalber Einmal nochmal weg Ja Soweit zu diesem Komm Ist gut jetzt Er versucht da immer noch durchzukommen Ich weiß Die Ritter Was machen wir jetzt gegen die Ritter Haben wir hier noch Ah wisst ihr was Wir haben ja noch unsere Artillerie irgendwo stehen Die können wir nochmal zum Einsatz bringen Jawoll Und damit sehen wir Die überlegene Technik Haben wir jetzt kennengelernt Von wegen Ritter Wir erreichen das Jahr 1924 Ein Segelschiff taucht auf Vor Flensburg Und der nächste Und der nächste Diplomat kommt da an Boah sogar mehrere 21 Millionen Die Verschmutzung nimmt auch langsam wieder zu Oh und wir haben sogar noch eine Bank in Gaza Jetzt geht es richtig ab Okay Ein Kolosseum Ah wir müssen das enden eigentlich ne Machen wir noch ein bisschen Pollution weg Wir wollen jetzt hier nicht Irgendwie nachlassen Bei unseren Bemühungen Die Erde sauber zu halten So Die Diplomaten hat es auch nochmal erwischt Und ich glaube Den brauchen wir nicht mehr Hier ist auch noch Pollution Okay 1924 Wir gehen ins Jahr 1925 Wow Manhattan und Caravan Ja Ja Könnte man jetzt noch machen Aber Ach Ne du Wir müssen auch nicht alles machen Wie sie es jetzt richtig drauf anlegen Nein Bis zum Ende Werde ich jetzt hier nicht mehr Gespräche führen Die wollen uns nur irgendwas aufquatschen Ich brauche noch mehr Achi Ja komm wir bauen noch mal Panzer 23 Millionen So Wo waren die noch gelandet jetzt Hier hinten 1926 Leute Kommt gleich Oh 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 Wisst ihr was Das wird das letzte Mal sein Das wird das letzte Mal sein Ich will einfach sehen Was hier passiert Äh Wenn ich nochmal A drücke Wie das denn aussieht Guck mal Das hätten wir sonst gar nicht Schaut mal Wie fantastisch das aussieht Hätte ich jetzt irgendwas anderes symmetrisch gemacht Hätten wir gar nicht Jede Form einmal gesehen Versteht ihr Das hat eine ganz eigene Logik Dadurch haben wir jetzt nochmal die Statuen kennengelernt Ist doch toll Oh Schützen hier jetzt noch Eieieiei 1926 Tria hat jetzt endlich eine Recyclinganlage Verschmutzung nimmt deutlich ab Kommt Jetzt starten wir noch das Malettenprojekt Was nicht mehr zu Ende geht Und Theben SDI Dass da noch Platz ist überall Ist auch erstaunlich Wie die das mit der Stadt Grafik gemacht haben Finde ich schon irgendwie cool Achso das brauchen wir eigentlich gar nicht Naja ist egal Wir brauchen ja eh nichts Ob wir noch eine Stadt verlieren Wir haben doch SDI Kommt wir bauen hier noch Panzer 25 Millionen Und Nächste Diplomat ist weg So Artillerie Vernichtet Nochmal Artillerie Nochmal vernichtet Oh mein Gott Dafür vernichten wir jetzt nochmal einen Panzer Einfach nur so Weil wir Spaß dran haben Äh Ein Panzer sei schon ein Ritter Ähm Fahren wir da rüber jetzt Mit dem Panzer Einfach nur mal so Nochmal ein bisschen eine Spazierfahrt machen Zum Ende Wir haben aber 0,2 Egal wir greifen trotzdem an Wir fordern unser Glück heraus Jawohl Ob er uns jetzt fertig macht Naja die Schützen sind jetzt nicht Die Einwohner von Coventry Bewohnern reichen Jungen von Trier Ja klar Die Engländer rebellieren Bürgerkrieg in Coventry Deutsche Einfluss verbutet Oh mein Gott Oh mein Gott Ah wie geil ist das denn jetzt Oh mein Gott Das ist jetzt aber ein bisschen politisch ungerecht Da liegt sie am Ende noch Hahaha 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 Ah Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Leute Hahaha Ich kann da nichts machen Hahaha oh mein Gott, oh mein Gott, sehr schön, oh mein Gott, nein, wir verlieren Greifswald, habt ihr es gesehen? oh, ich halte es nicht mehr aus, oh mein Gott, 1927, oh, Future Technology 1, wow, Leute, crazy, und was kommt denn da jetzt noch an? komm, wir hauen aber trotzdem noch mal die Diplomaten weg, oh, 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 so, das war jetzt ein bisschen risky, meine Güte, gut, aber wir haben hier noch ein Panzer, so, die wollen auch ins All, machen wir hier oben noch irgendwas, ja, die sind, wir haben hier nichts mehr Offensives stehen oder irgendwo befestigt, nee, wir machen da nichts mehr, oh Gott, da stehen überall nur noch eine Einheit, wir sind ganz schön mutig geworden hier am Schluss, hier ist noch ein Panzer, komm, der kommt noch mal zum Einsatz, dann ist Feierabend, wir haben aber einen schönen Ausbau jetzt hier in den Licht, sehe ich da in der Mitte noch keine, noch eine fehlende Irrigation? oh ja, aber noch komplett, so, Panzer, ja, das musste natürlich kommen, und, äh, der Siedler, wow, hier ist Gold, Leute, wir haben Gold, wir haben erstmals Gold und eine Phalanx, die uns noch gehört, das Manhattan Project mit Geld kaufen, ich weiß nicht mehr, wo wir sind, können wir mal gucken, tatsächlich, wir können es noch kaufen, okay, kaufen wir es noch, okay, das ist Öl, so, Leute, was ist zuerst fertig, das Manhattan Project oder kommt das, die Rakete an, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt noch? Haben wir irgendeine Struktur noch nicht gesehen? Ja, ich glaube, ja, wir haben noch nicht gesehen, wartet mal, zwei oder drei, ne? zwei oder drei, ja, ja, dann machen wir mal zwei, zwei, ah, okay, das So, Leute, im Jahr 1919 unternahmen Raumfahrer vom Planeten Erde eine kosmische Forschungsreise. Ein Raumschiff mit 10.000 deutschen Siedlern konnte die riesigen Entfernungen zwischen den Sternen überbrücken. Nach ihrer Ankunft auf, was 1928 im Sternensystem Alpha Centauri begann, diese unerschrockenen Pioniere mit der Besiedlung einer neuen Welt. Ihr Volk, die Präsident Steinrich, den Traum ungezählter Generation wahrgemacht, der Name wird für immer in der Ja, was in der Spannt uns hier auf die Folter? Was kommt jetzt, Leute? Kommt noch was? Oder soll ich klicken? In der Zeit verloren gehen, ja. Ähm, hm. Ähm, ja. Ne, schaut mal, das Musikstück ist zu Ende. Jetzt klicke ich. Okay. Wir erreichen Alpha Centauri. Oh, 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 oh. Ja, schaut mal, das ist ja nochmal interessant. Am Anfang waren die Russen und die Ägypter deutlich stärker, genau. Dann sieht man sehr schön, ich weiß gar nicht, wann wir diesen Krieg begonnen haben, aber da geht es dann mit Gelb radikal runter und mit uns hoch. Also der Angriff auf die Ägypter war schon entscheidend für den Sieg, sonst hätten wir es glaube ich nicht geschafft, weil wir ökonomisch nicht die stärksten gewesen wären. Ähm, das war schon sehr, sehr wichtig. Wo sind eigentlich hier die Amerikaner? Die tauchen ja gar nicht auf in dieser Geschichtsschreibung. Na gut, und die Russen haben dann nochmal ganz schön aufgeholt, sag ich jetzt mal. Ja, wir haben also den ganzen Reichtumfortschritt, den Ägyptern zu verdanken in gewisser Weise, ja. Und das war's. Das war's, liebe Leute. Wir können weiterspielen. Machen wir aber nicht. Wir gucken noch kurz die Berater... Oh, das war's. Nee. Alles klar, das sind unsere Punkte, die wir bekommen haben. 656 Punkte insgesamt. Minus 30 für Verschmutzung. Raumschiff 50. Errungenschaften 240. Bürger 396. Jetzt ist unser Highscore. Exzellenz. Eure Zivilisationen. Punktestand 52 Prozent. Übersteigen wir Kleopatra. Ist das gut? Ist Kleopatra die Beste? Ah, okay. Drei Stich Ogi. Kaiser der Schweiz. Hall de la Gloire. Ja, sehr schön. Rolo Kahn. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, Applaus, Leute. Wir haben's geschafft. Ihr Endpunktestand steht nun in der Ruhmeshalle. Nein. Für diesmal reicht es. Ich hoffe, es wird doch... Range Ladies домen trifft rein. Railroad Tycoon. Darklands. Hyper Speed. Covered Action. Alles Sid Meier-Games. Und das Großartigste überhaupt C. Untertitelung des ZDF, 2020